Ich erschien vor dem Kongressausschuss, um zu erzählen, was ich von Aktivitäten weiß, die zu dem Versuch führen könnten, eine faschistische Diktatur zu installieren. Das Potenzial für den desaströsen Aufstieg ungerechtfertigter Macht existiert und wird bestehen bleiben. Bereits das Wort Geheimhaltung hat in einer freien und offenen Gesellschaft eine abstoßende Wirkung. Und wir als ein Volk sind von Natur aus und historisch betrachtet Geheimgesellschaften, geheimen Schwüren und geheimen Vorgehensweisen abgeneint. Präsident Bush hat ein offizielles Abkommen unterzeichnet, welches den Vereinigten Staaten, so wie wir sie kennen, entnimmern wird. Und er unternahm diesen Schritt ohne Zustimmung durch den US-Kongress oder durch die Bürger der Vereinigten Staaten. Die geheimen Organisationen der globalen Machtelite sind nicht länger geheim. Man nennt es die Bilderberg-Gruppe. Könnte ihr Ziel globale Dominanz sein? Ich bin Jim Tucker. Ich jage die Bilderberger seit 30 Jahren. Ich werde die Jagd niemals aufgeben. Der Plan der Bilderberger für die ganze Welt ist nichts Geringeres als eine Weltregierung. Das ist mir überhaupt nicht geheuer. Wer hat diese Typen gewählt, um den Planeten zu lenken? Sie sind die Elite. Sie meinen, sie müssten die Welt zugunsten ihrer eigenen selbstsüchtigen Interessen leiten. Jetzt können wir sehen, wie eine neue Welt in unser Blickfeld rückt. Eine Welt, in der es eine sehr reale Aussicht gibt auf eine neue Weltordnung. Die Bilderberger machen große Fortschritte auf dem Weg zu einer Weltregierung. Und nur eine gebildete und informierte Öffentlichkeit kann ihnen Einhalt gebieten. David Rockefeller gibt in seinen eigenen Memoiren zu, dass er die Vereinigten Staaten zerstören will. Er ist ein Verräter. Ich freue mich, wieder beim Rat für auswärtige Beziehungen zu sein. Wie Pete erwähnt hatte, bin ich seit langem ein Mitglied und war sogar Direktor für eine gewisse Zeit. Ich habe das nie erwähnt, während meiner Kampagne zur Wiederwahl zu Hause in Wyoming. Lasst uns niemals groteske Verschwörungstheorien tolerieren. Sie müssen sich bitte vom Grundstück entfernen. Es sind ein paar Schüsse gefallen. Genau dort sind Bilderberger. Der Trans-Texas-Korridor ist ein essentieller Teil. Denn wenn wir ihn in Texas aufhalten, dann stoppen wir die neue Weltordnung genau hier in Texas. Diese Sache hat hier begonnen. Und um dieses Land zu retten, machen wir dem verdammten Ding den Gar aus. Es besteht eine Chance, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einen Begriff in die Realität umsetzen kann, den sein Vater benutzte. Und zwar eine neue Weltordnung. Eure neue Weltordnung wird scheitern. Die Menschheit wird euch besiegen. Die Antwort auf 1984 ist 1776. In der nahen Zukunft wird die Erde von einer mächtigen Weltregierung dominiert. Ehemals freie Nationen sind nun Sklaven, die dem Willen einer verhältnismäßig winzigen Elite unterworfen sind. Die Menschheit erwarte der Anbruch eines neuen, dunklen Zeitalters. Länder sind ein Ding der Vergangenheit. Jede Form der Unabhängigkeit wird attackiert. Die Familie und das Individuum sind kurz vor dem Aussterben. Fast 80 Prozent der Endbevölkerung wurden eliminiert. Der Rest einer freien Menschheit ist gezwungen, in stark kontrollierten, kompakten Städten zu leben, welche Gefängnissen ähneln. Der Verkehr ist stark eingeschränkt. Superautobahnen verbinden die Megastädte miteinander und verhindern, dass die Bevölkerung nicht autorisierte Zonen betritt. Keine menschliche Aktivität ist privat. Supercomputer mit künstlicher Intelligenz chronologisieren und katalogisieren jede Handlung. Ein Gefängnisplanet, dominiert von einer unbarmherzigen Bande von Kontrollfreaks, deren Macht niemals herausgefordert werden kann. Dies ist die Vision der globalen Elite, ihr Ziel. Ein Programm völliger Dehumanisierung, in dem die Wissenschaftsdiktatur das Gesetz ist. Ein weltweites Kontrollnetz, entworfen, um auf ewig das Machtmonopol der Herrscher zu sichern. Unsere Spezies wird zu dieser albtraumhaften Zukunft verdammt sein, falls die Massen nicht über den Masterplan der neuen Weltordnung aufgeklärt und nicht dafür mobilisiert werden, ihn zu stoppen. Die von einer verschlossenen Gruppe errichteten Leersteine von Georgia sind das Testament des Plans der Elite für eine Weltreligion, ein Weltgesetz, ein Weltgericht, sowie für eine Weltarmee, um dies alles durchzusetzen. Auf den Steinen ist verewigt, dass die Bevölkerung niemals 500 Millionen Menschen überschreiten darf. In diesem Film werden sie erfahren, wie unsere Welt wirklich regiert wird. Sie werden sehen, wie streng geheime Organisationen ineinander greifen und ein weltumspannendes Geheimdienstnetzwerk formen. Diese Gruppe steuert die Ereignisse auf dem Planeten seit hunderten von Jahren. Jetzt, in der finalen Phase der Operation, trifft sie Vorkehrungen für eine offen proklamierte Weltregierung. Ein Ziel, welches Tyrannen durch die gesamte Geschichte hindurch ersehnt hatten. Dr. Michael Kaufmann ist ein Ökologe, der mehrere bedeutende Veröffentlichungen vorweisen kann. Er ist spezialisiert auf die Erforschung von Ökosystemen, Forstökologie und die Klassifizierung von Ökosystemen. Dr. Kaufmann spielte eine Schlüsselrolle bei der Blockierung des Übereinkommens über biologische Vielfalt im US-Senat. Das Konzept einer neuen Weltordnung gibt es schon seit Jahrhunderten. Es gewann wieder einigen Auftrieb in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Präsident George Bush Senior benutzte es häufig in seinen Reden und sagte implizit damit aus, dass er wirklich eine neue Ordnung will, in der wir eine universelle bzw. globale Form der Regierung haben, unter der jedes menschliche Wesen auf dem Planeten Erde sich gegenüber Richtlinien verantworten muss, die auf der internationalen Ebene erstellt werden. Es ist eine große Idee, eine neue Weltordnung. Präsident Bush hat gesagt, dass eine neue Weltordnung der richtige Weg sei und dass sie darauf hinarbeiten würden. Die Vereinten Nationen sind Teil dieser Regierung. Sie arbeiten im Moment in signifikantem Maße auf eine nordamerikanische Union hin. Deshalb gibt es sehr viele Leute in Washington, die sich nicht sehr um unsere Grenzen scheren. Die vertreten die philosophische Position, dass nationale Souveränität nicht wichtig wäre. Das ist auch der Grund, weshalb ich sehr deutlich zu bedenken gegeben habe, dass wir nicht in den Vereinten Nationen sein müssen für unsere nationale Sicherheit. Es ist wirklich immer das Gleiche. Man geht in der Geschichte zurück, das römische Imperium, die Sowjetunion, Hitler während der Nazi-Herrschaft. Es wurde immer gesagt, dass das Utopia für den Durchschnittsmenschen geschaffen werden sollte. Die Geschichte zeigt jedoch immer, dass genau das Gegenteil eintrifft. Eroberungen und Imperien sind so alt wie die Zivilisation selbst. Babylonien, Ägypten und Griechenland. Sie alle schufen Imperien bei dem Versuch, die Welt zu regieren. Das römische System dominierte auf seinem Höhepunkt die gesamte bekannte Welt. Komplexe Regierungssysteme wurden entwickelt, um verschiedenartige Bevölkerungen zu kontrollieren. In der Zeit vom 15. bis 19. Jahrhundert tauchten neue Imperien auf und führten Kriege um die Vormachtstellung. Der Adel sowie die prosperierende Händlerklasse wurden finanziert von einer Handvoll Privatbanken. Viele der großen Geldhäuser sicherten ihre Wetten ab und finanzierten beide Seiten eines Krieges. Ausgeklügelte Netzwerke von Nachrichtendiensten gaben den Finanziers einen deutlichen Vorteil gegenüber den Regierungen, über die sie langsam die Kontrolle gewannen. Am 18. Juni 1815 beobachteten Agenten des britischen Zweigs der Rothschild-Familie, wie der Kaiser Napoleon Bonaparte verzweifelt darum kämpfte, seine Armee vor einem britisch-preußischen Zangenangriff zu retten. Ein Rothschild-Agent konnte die Neuigkeit von Napoleons Niederlage durch Lord Wellington an Nathan Rothschild übermitteln. 20 Stunden bevor die Meldung London erreichte. Nathan, das Oberhaupt des britischen Zweigs der Rothschild-Familie, verbreitete das Gerücht an der Londoner Börse, dass Napoleon den Krieg gewonnen hätte. Aktien fielen um 98 Prozent und Rothschild war daraufhin in der Lage, die gesamte britische Wirtschaft für Kleingeld aufzukaufen. Als die Neuigkeit von Napoleons Niederlage letztendlich eintraf, schossen die Aktien in die Höhe. Großbritannien war nun der unangefochtene Herrscher Europas und Rothschild beherrschte England. Das bereits dominierende britische Imperium wurde sogar noch offensiver. Die britischen Truppen und Bürokratien verbreiteten sich weltweit. Die Sonne ging nie unter auf Bretagnas Reichsgebiet. Das Bankenkartell hat etwa seit dem Jahr 1800 beide Seiten fast jedes Krieges finanziert. Und es bekommt natürlich die Zinsen für die Kredite, die es den verschiedenen Regierungen gegeben hat, welche an den Kriegen beteiligt sind, deren Entstehung durch die Mithilfe der Banker begünstigt wurde. Um das Jahr 1900 war Deutschland eine aufstrebende Macht und der Anführer der Industrierevolution. Es gab absolut keinen Grund, den Ersten Weltkrieg loszutreten, abgesehen davon, dass es eine ideale Gelegenheit war für das Bankenkartell, um einen Haufen Geld zu machen, in dem beide Seiten des Krieges finanziert wurden. Am 28. Juni 1914 wurde auf den Thronerben von Österreich-Ungarn Erzherzog Franz Ferdinand während einer Reise in einer Fahrzeugkolonne ein Attentat verübt. Die Schwarze Hand, eine serbische Geheimgesellschaft mit Verbindungen zu den französischen und britischen Geheimdiensten, bekannte sich zur Tat. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Rüstungsunternehmen, finanziert von Rothschild-kontrollierten Banken in Deutschland, Frankreich, England und Österreich, belieferten alle Kriegsteilnehmer. Mindestens 20 Millionen Menschen wurden in dem Krieg getötet. Es war ein solch schrecklicher Konflikt, dass die Menschen schworen, nie wieder zu kämpfen. Man nannte es den Krieg, der allen Kriegen ein Ende machen würde. Die Frage ist, warum wollten sie Krieg? Erstens für Geld und Macht. Zweitens, sie wollten die League of Nations gründen. Dies war von Anfang an geplant gewesen und sobald der Krieg sich dem Ende neigte, begannen sie die Idee einer League of Nations zu entwerfen, damit so etwas nie wieder geschehen könne. Hunderte Jahre an Übung machten die Briten zu Experten darin, ihr Imperium hinter Marionettenregierungen und Räten zu verbergen. Vorgeblich, um alle zukünftigen Konflikte zu verhindern, schlugen sie vor, dass alle Länder einer League of Nations beitreten sollen. Ihre wahre Absicht bestand darin, dass die League als ein Rahmenwerk für eine Weltregierung dienen sollte. Präsident Woodrow Wilson, der die Erschaffung des privaten Federal Reserve Systems in den Vereinigten Staaten im Jahr 1913 angeführt hatte, unterstützte vehement die Formierung der League of Nations. Woodrow Wilson war ein sehr naiver Präsident. Er war im Prinzip ein Universitätsprofessor, der für dieses ganze System rekrutiert wurde. Die League traf sich 1919 in Paris. Aber viele Nationen erkannten sie als Bedrohung für ihre Souveränität und verweigerten den Beitritt. Frustriert durch die Blockade der League of Nations durch den Kongress, schufen die britischen Geheimdienste mit Hilfe der Rockefeller-Familie 1921 den Rat für auswärtige Beziehungen in New York. Der Rat rekrutierte die besten und klügsten Amerikas, um das Anwachsen des anglo-amerikanischen Imperiums zu unterstützen. Der CFR erklärte offen, dass er die Aufgabe hätte, alle Nationalstaaten abzuschaffen, zugunsten einer allmächtigen Weltregierung unter Kontrolle einer zahlenmäßig winzigen Elite. Bis zum Jahr 1930 hatten sich die Befürworter der Weltregierung in zwei zusammenhängende Lager aufgeteilt. Die Fabiansche Sozialisten hatten ihr Zentrum in London, die Faschisten in Italien und Deutschland. Der Nationalsozialismus wird seine eigene Revolution benutzen, um eine neue Weltordnung zu etablieren. Adolf Hitler Unterstützer der Faschisten in den Vereinigten Staaten und England glaubten, dass das Militär eingesetzt werden sollte, um die Welt schnellstmöglich in eine neue Weltordnung zu transformieren. Die fortschrittlicheren Vertreter des Globalismus hingegen verlautbaten, dass ein schrittweises Vorgehen der sichere Pfad zur globalen Dominanz wäre. Der mit der Ehrenmedaille des Kongresses ausgezeichnete Major General Smedley Butler wandte sich im Jahr 1934 an die Öffentlichkeit, um den Versuch der Raubbarone zu enthüllen, einen militärischen Sturz der Vereinigten Staaten zu starten. Der Kriegsheld sagte vor der McCormick-Dickstein-Comedy im Kongress aus, dass manche der mächtigsten Männer in Amerika versucht hatten, ihn zu rekrutieren, um einen militärischen Staatsstreich anzuführen, damit sie den Nationalsozialismus in den Vereinigten Staaten einführen können. Ich erschien gemäß einer Vorladung von dem Komitee des Kongresses, des höchsten repräsentativen Parlaments des amerikanischen Volkes, um zu erzählen, was ich von Aktivitäten weiß, die, wie ich denke, zu dem Versuch führen könnten, eine faschistische Diktatur zu installieren. Ich sollte eine Organisation von 500.000 Mann anführen, welche dazu fähig gewesen wäre, die Funktionen der Regierung zu übernehmen. Die Faschisten hatten auch in England stark Fuß gefasst. Edward VIII., der König von England, war gezwungen, den Thron aufzugeben wegen seiner öffentlichen Unterstützung von Hitler. Trotz der Stärke des von Deutschland angeführten Lagers der Faschisten, konnte der Block der Fabianschen Sozialisten die Kontrolle über die USA, Russland und England behalten. In der Anlaufphase des Zweiten Weltkriegs und während des Konfliktes finanzierten die Banker wiederum beide Seiten, genau wie bei Napoleon. Nach dem Aufstieg und dem Fall des Dritten Reiches lag Europa in Trümmern. Wieder behauptete die Elite, dass nur eine Weltregierung die Menschheit vor der sicheren Vernichtung retten könne. Und dieses Mal konnte die Elite erfolgreich ihr globales System installieren. Im April 1945 wurden die Vereinten Nationen am Marinestützpunkt Presidio in San Francisco von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs gegründet. Der UN-Komplex wurde dann in New York City auf einem Grundstück gerichtet, welches John D. Rockefeller gespendet hatte. Kurz nachdem die globale Elite die Vereinten Nationen als ihre Operationsbasis in den Vereinigten Staaten geschaffen hatte, begann der neu gebildete Weltrat bald, an der nächsten Phase des Planes zu arbeiten. Die schrittweise Formierung von kontinentalen Superstaaten. Der erste Schritt in ihrem trilateralen Plan war die Schaffung der Europäischen Union. Die Vereinigung von Europa war viele Male versucht worden und extrem unpopulär. Während Napoleon und Hitler bei dem Versuch gescheitert waren, mit Gewalt ihr Ziel zu erreichen, hatten die Globalisten Erfolg mit einer verdeckten Vorgehensweise. Die Briten führten die Schaffung des Europarates am 5. Mai 1949 an. Es wurde behauptet, dass der Londoner Vertrag nur Handelsbeziehungen zwischen europäischen Staaten etabliere, vergleichbar mit NAFTA und GATT in Nordamerika. Die wahre Absicht war die Bildung eines europäischen Superstaates. Im Jahr 1954 traf sich die Elite heimlich im Bilderberghotel im holländischen Oesterbeck. Die Bilderberggruppe gab später zu, dass ihre Mission die Bildung der EU gewesen war. Sobald die EU unter dem Tarnmantel von Handelsabkommen errichtet war, nahm man eine nordamerikanische Union sowie eine Asien-Union in Angriff. Die drei zusammenhängenden Superstaaten bilden den Kern der Weltregierung, wohingegen die UN weltweit als Exekutivorgan und Verwaltung für die Regionen der dritten Welt operiert. Die Bilderberggruppe setzt sich zusammen aus den Anführern der einzelnen Schattenregierungen, welche die verschiedenen Länder steuern. Stellen Sie sich die Machtstruktur der Elite auf dem Planeten als gigantische Pyramide vor, bei der nun die absolute Elite sich an der Spitze des Schlusssteins befindet. Die Organisation bewahrte strikte Geheimhaltung, so dass bis Mitte der 1980er Jahre die kontrollierten Konzernmedien deren Existenz noch abstritten. Bis in die späten 1990er Jahre bestand die Berichterstattung nur aus vereinzelten, einzeiligen Erwähnungen. Mit dem Aufstieg der alternativen Medien fing ihre vormals eiserne Kontrolle über den Informationsfluss anzuschwinden. In den Randbereichen der Bundeshauptstadt fanden sich heute schwarze Limousinen mit getönten Fenstern bei einem Hotel ein, wo private Sicherheitskräfte eine eiserne Kontrolle ausübten. Die Limousinen beförderten Mitglieder von Königshäusern, einflussreiche politische Vermittler sowie die mächtigsten Individuen aus der Industrie zu einem geheimen Treffen, welches das gesamte Wochenende lang andauern wird. Man nennt sie die Bilderberggruppe. Könnte ihr Ziel globale Dominanz sein? Rund alle vier Jahre treffen sich die Bilderberge in Nordamerika. Im Juni 2006 flogen wir nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, und der Veranstaltungsort der Konferenz in Ninemir. Während der langen Geschichte der Bilderberge wurden viele Reporter, die versucht hatten, über die Gruppe zu berichten, schikaniert, festgehalten und sogar eingesperrt. Ich versicherte scherzhaft meinen Kameraleuten, dass die Horrorgeschichten, über die wir gelesen hatten, wahrscheinlich übertrieben waren. Ich lag falsch. Wir wissen, dass Reporter an Flughäfen festgehalten werden, dass Leuten die Einreise verwert wird. Wir wissen, dass Leute für drei, vier Stunden in eine Zelle geworfen werden. Das passiert ständig. Nun, dieses Mal ist es Alex Jones passiert. Sie gaben zu, dass die Bilderberger Druck auf die Regierung ausgeübt hatten, um die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, und dass deswegen alles hier geschehen ist. Mir wurde das von zwei verschiedenen Leuten gesagt. Sie haben unsere Daten gestern und heute stundenlang durchkämmt, um irgendetwas Belastendes zu finden. Natürlich war da nichts. Es war einfach furchteinflößend. Ich bin schon überall auf der Welt gewesen, und ich habe nichts Vergleichbares erlebt. Es waren Stunden voller Erniedrigung. Sie fragten, warum sind Sie hier? Und ich sagte, um von einem politischen Ereignis zu berichten und hoffentlich mit Parlamentsabgeordneten zu sprechen. Ich habe alle Fragen beantwortet. Es war klar, dass ich keine Bedrohung darstellte. Es war klar, dass ich keine Vorstrafen hatte. Es war klar, dass ich zur Presse gehörte. Es war klar, dass ich geheher kam, um Leute zu interviewen. Sie sagten mir eine Weile vorher, dass man mir die Einreise verwehren würde. Dann sei die aufgetaucht und alles veränderte sich. Was ist nun dein Plan? Mein Plan ist, loszuziehen und zu versuchen, Jim Tucker zu interviewen, zum Bilderbergtreffen zu fahren und vielleicht noch ein paar Mitglieder bei ihrer Ankunft zu erwischen. Ich versuche immer noch, einen Dokumentarfilm zu drehen. Anstatt um 8 Uhr morgens hier zu sein, wenn die Bilderberger über 100 Mitglieder der weltweiten Elite beginnen, hier aufzutauchen, kommen wir so um halb 4 Uhr nachmittags an und versuchen, manche aus der Elite bei ihrer Ankunft zu erwischen. Was glauben Sie? warum sie steht auf der Agenda beim diesjährigen Bilderbergtreffen. Die debattieren den Angriff gegen den Iran. Die sprechen darüber, wie sie Hugo Chavez ausschalten können. Die sprechen darüber, wie sie ihre amerikanische Union durchsetzen können, welche die amerikanische, kanadische und mexikanische Souveränität zerstört. Wir sprechen also davon, dass der Tod Kanadas, der Tod eurer Souveränität dort drin gerade stattfindet. CNN hat sogar berichtet, dass diese Individuen neben ihren anderen wissenschaftlichen Weißbüchern auch jene Politikleitfäden durch den Rat für auswärtige Beziehungen herausbrachten, die den Vereinigten Staaten ein Ende machen werden, Kanada ein Ende machen werden und Mexiko ein Ende machen werden. Rund zehn sind schon angekommen. Sie sind ohne Eile hier angekommen, üblicherweise in großen schwarzen Fahrzeugen mit scheinbar kugelsicheren Fenstern. Und wir haben ein paar Bilder von manchen der Leute machen können. Wir werden in großem Abstand von dem Gebäude ferngehalten durch einen Haufen Sicherheitskräfte. Es werden im weiteren Verlauf noch mehr Sicherheitskräfte auftauchen. Nur als Erinnerung, bleiben Sie fern von dem Grundstück. Das bin ich. Das hier ist die Linie. Wir haben das mit der Stadt geklärt. Ich bin von Upstate New York hierher gekommen. Ich hatte ein Zimmer gebucht, lange im Voraus. Ich bin um zehn Uhr abends eingecheckt und sie sagten, ich müsste das Hotel um acht Uhr morgens verlassen. Ich erklärte mich einverstanden. Ich war nicht glücklich darüber, denn ich war müde gewesen und bin eine ziemlich lange Strecke gefahren. Dann bin ich runtergegangen, um etwas zu essen und ich sah eine Gruppe Sicherheitskräfte. Ich fragte mich, was los war. Und ich stellte Fragen und sie sagten, es würde eine Hochzeit oder irgendeine Art von Empfang stattfinden. Ich entschloss mich, ein paar mehr Fragen zu stellen, denn es war irgendwie seltsam. Dann sah ich von meinem Hotelfenster aus, wie sie hinter dem Hotel mit ihren Taschenlampen die Bäume ableuchteten. Die waren auch vorne am Hotel und schienen das Hotel zu durchkämmen. Ich wunderte mich, was vor sich ging. Ich stand dann heute Morgen auf, checkte aus und der letzte Typ, mit dem ich gesprochen hatte, sagte, sie werden alles aus der Zeitung erfahren. Darauf musste ich nicht mal warten, denn eine Gruppe von Leuten hier draußen erzählte mir alles, was vor sich ging. Die können niemanden noch länger für dumm verkaufen, wenn so viele Polizisten hier sind und sie Alex Jones an der Grenze festhalten. Filmt ihn von beiden Seiten. Yeah, du Gauner, du wirst ins Gefängnis gehen wie Ken Lay. Oh ja, da ist einer von ihnen. Hi! Hey, wir sind nicht ihr Eigentum, wir sind nicht ihre Sklaven. Wir werden über die neue Weltordnung siegen. Die neue Weltordnung wird besiegt werden. Schön, dass sie das erkennen. So läuft es immer in der Geschichte. Etienne David. David Ravignon ist der Ehrenvorsitzende der Bilderberggruppe und der Anführer des leitenden Gremiums. Das Gremium, welches er anführt, wählt jedes Jahr die Teilnehmer aus und lädt sie ein. Im vergangenen Jahrzehnt wurden die Teilnehmerlisten von Maulwürfen innerhalb der Organisation an Reporter übermittelt. Der Veteran unter der Zeitungsreportin Jim Tucker berichtet seit über 30 Jahren über die Treffen der Bilderberggruppe und war bei über 20 Konferenzen persönlich vor Ort. Wir fuhren zu unserem Hotel zurück, um zu sehen, ob Jim Tucker die Liste von 2006 bereits erhalten hatte. Ich hörte 1975 zum ersten Mal von den Bilderbergern und ich sagte, das glaube ich nicht, das ist nicht möglich. Was zur Hölle sind die Bilderberger? Ich verbrachte 20 glückliche Jahre bei Regionalzeitungen. Ich bekam die Meldungen von allen Nachrichtenagenturen. Das kann nicht vor sich gehen, ohne dass ich davon weiß. Was mich als erstes wirklich beeindruckt hat, waren zwei ausführliche Leitartikel 1957 vom ehrenwerten Westbrook Pegler, ein Schreiber, dessen Arbeit in vielen Zeitungen veröffentlicht wurde. Darüber, wie rund 100 Führungsfiguren des internationalen Finanzwesens, Staatsoberhäupter, hohe Regierungsfunktionäre, sich hinter verschlossenen und von bewaffnetem Wachpersonal beschützten Türen auf der hermetisch abgeriegeten Jekyll Island treffen. Was treiben diese mächtigen Internationalisten und warum ist es so geheim? Warum haben sie bewaffnetes Wachpersonal? Warum ist es abgeriegelt? Die Zeitungen ignorierten es vollkommen. Kein einziges Wort. Komplette Nachrichtensperre in den Vereinigten Staaten. Seitdem habe ich nie aufgehört, Bilderberg zu jagen. Die gesamte internationale Gangsterorganisation, angeführt von den Rockefellers und den Rothschilds, die zugunsten ihrer eigenen selbstsüchtigen Interessen die Welt manipulieren. Jim, du wartest immer noch auf die Liste. Normalerweise bekommst du sie am ersten Tag. Du hast sie noch nicht erhalten. Uns wurde gesagt, sie könnte heute antreffen. Wie wichtig ist diese Liste? Sie ist absolut essentiell. Natürlich ist die Identifizierung von Leuten draußen, wie wir es immer tun, auch wichtig, um herauszufinden, wer nicht auf der Liste steht. In den vergangenen Jahren schickte jemand aus Europa Kopien mitsamt den Briefköpfen und so weiter, ohne sich zu identifizieren. Ich habe bislang noch nicht von ihm gehört. Die Bilderberger haben ihren Namen im Jahr 1954 übernommen, bei ihrem ersten Treffen im Bilderberg-Hotel. Es ist ein bisschen so wie bei Wie es euch gefällt von Shakespeare. Man fragte Shakespeare, wie wollt ihr das Buch nennen? Und er sagte, wie es euch gefällt. Was bedeutet, wie auch immer ihr es nennen wollt. Man dachte, er hätte den Titel diktiert. Eines seiner Theaterstücke heißt also, Wie es euch gefällt. Der Titel hat nichts mit dem Stück zu tun. So kamen die Bilderberger zu ihrem Namen. Die Geldklasse trifft sich seit einem halben Jahrhundert jedes Jahr. Die Treffen sind weit im Voraus geplant. Darüber hinaus gibt es noch andere, kleinere Treffen über das Jahr verteilt. Ist das die richtige Abliegung, Jim? Nein. Das ist die globale Regierung. Sie legen die Agenda für die Welt fest. Jetzt in diesem Moment entscheiden sie dort drin, ob es einen Krieg gegen den Iran geben wird oder nicht. Sie entscheiden, ob die Steuern steigen werden oder nicht. Ob Ölpreise niedrig gehalten oder angehoben werden. Es stehen noch viel mehr Dinge auf der Agenda, die wir nach und nach erfahren werden. Aber das sind die drei Themen, die dieses Jahr sehr weit oben auf der Liste stehen. Das ist Jim Tucker, meine Damen und Herren. Er berichtet seit 27 Jahren über die Sikanoven. Mr. Tucker, er freut Sie zu treffen. Die Medien sagten, er wäre verrückt. Es würde nicht existieren. Jetzt haben wir sie unter Druck gesetzt. 120 der mächtigsten Menschen der Welt. Staatsoberhäupte aus Europa. Hohe Regierungsfunktionäre aus den Vereinigten Staaten. Vom Finanzministerium. Vom Weißen Haus. Vom Außen- und Verteidigungsministerium. Sie legen in diesem Moment die globale Agenda fest. Der Grund für die Geheimhaltung ist, weil sie unmoralische Dinge tun. Gute Taten werden am helllichten Tage vollbracht. Hi, wie geht's Ihnen? Verlassen Sie bitte das Grundstück. Jim hat ein paar Fragen für Sie. Sie müssen das Grundstück verlassen. Dies ist Privatbesitz. Das ist ein öffentlicher Gehsteig. Oh ja, wir kooperieren. Danke, bis zum öffentlichen Gehweg bitte. Es gibt keinen Anlass zu denken, dass wir nicht kooperieren würden. Bis zum Gehsteig bitte und bleiben Sie dort. Sicher, ja, danke. Jim hat ein paar Fragen für Sie. Nochmal, Sie müssen hier am Gehsteig bleiben. Vielen Dank. Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Das Grundstück beginnt eigentlich genau hier. Außerdem... Gut, das Grundstück beginnt eigentlich genau hier. Wir stehen kurz vor einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist die passende große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller. Wir sahen David Rockefeller. Die gingen hinten am Hotel und sie hatten keine Bodyguards. Einer meiner Freunde rief, hey Rockefeller. Und er drehte sich um und sah ängstlich herüber. Mein Name ist Rene, ich bin aus Manitoba. Ich bin rund 26 Stunden gefahren, um hierher zu kommen und zu zeigen, dass ich gegen die Bilderberger bin, um für meine Freiheit und meine Rechte zu kämpfen und um sicherzustellen, dass meine Kinder in einem freien Land aufwachsen können. Mein Name ist Daniel Astolin und ich mache das schon seit 15 Jahren. Ich bin aus Kanada und sehr stolz auf mein Land, denn, wie du sehen kannst, kamen viele hierher zur Bilderbergkonferenz. Letztes Jahr brauchte ich 14,5 Stunden bis nach München. Ich wurde in Mailand aus dem Flugzeug geholt, ich wurde in München aus dem Flugzeug geholt. Man verhörte mich jeweils vier Stunden lang an beiden Flughäfen. Ich konnte einen befreundeten Journalisten in Rom anrufen und aufgrund seiner Präsenz und der Präsenz von anderen Leuten, die das Außenministerium in Italien anriefen, machte man einen Rückzieher und ließ mich gehen. Die sagten mir im Prinzip, dass man mich rund um die Uhr beobachten würde. Von den 20 Zimmern in dem kleinen Hotel, in dem Jim und ich übernachteten, waren drei von der CIA belegt und drei vom Deutschen Geheimdienst. Das zeigt, wie ernst diese Leute die Sache nehmen und wie viel Angst sie davor haben, was wir über die Bilderberger der Öffentlichkeit enthüllen könnten und was wir auch tatsächlich enthüllen. Daniel Estelin hat bereits über 15 Jahre lang von den Bilderbergtreffen in Nordamerika und Europa berichtet. Sein Buch Club Bilderberg wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und ist ein weltweiter Bestseller. Estelin hat von vielen Bilderbergtreffen in der Vergangenheit Fotos geschossen. Der Rockefeller-Frontmann Henry Kissinger ist immer ein essentieller Teilnehmer. Hier sehen Sie den Präsidenten des Rates für auswärtige Beziehungen, Richard N. Haas, gefolgt vom Vize-Vorsitzenden von Rothschild Europa, Franco Bernabe, der sich mit Henry Kravis unterhält. Hinter den beiden befindet sich Richard Holbrook, der ehemalige US-Botschafter für die Vereinten Nationen. Hier sehen Sie den Direktor von Daimler Chrysler, Jürgen-Erich Schremp, bei seiner Ankunft via Helikopter. Hier begleitet der Besitzer der Washington Post, Donald Graham, Indra Nui, die Chefin von PepsiCo. Königin Beatrix von den Niederlanden, deren Vater Prinz Bernhard den Club Bilderberg gründete, ist eine Führungsfigur der Gruppe. Der Kingpin der Globalisten, David Rockefeller, hier zu sehen mit seinem Bodyguard James Ford, ist natürlich immer anwesend. Hier sehen Sie Paul Walfowitz beim Treffen im Jahr 2005. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade erst zum Weltbankchef vernannt worden. Es wurde berichtet, dass Walfowitz bereits frühere Treffen besucht hatte, als er immer noch stellvertretender Verteidigungsminister war, was einen Bruch des Logan-Gesetzes darstellt. Unter dem Logan-Gesetz ist es ein schweres Verbrechen für jedes Mitglied der US-Bundesregierung oder der Regierungen der US-Bundesstaaten, sich mit ausländischen Regierungsmitgliedern zu treffen, ohne die ausdrückliche Genehmigung des Präsidenten oder des Kongresses. Einfach ausgedrückt, es ist zur Vermeidung von Korruption und Spionage illegal für Mitglieder der Regierung, sich heimlich hinter verschlossenen Türen mit ausländischen Machthabern zu treffen. Aus diesem Grund nehmen viele prominente Politiker an dem Treffen teil, ohne dass sie ihren Namen auf der offiziellen Liste auftauchen. Trotz des Logan-Gesetzes steht der Name des Gouverneurs von New York, George Pataki, auf der Liste und wir konnten ihn zusammen mit David Rockefeller am Brook Street Hotel auf Video festhalten. Mehrere Leute vom Brook Street Personal berichteten uns, dass Hillary Clinton einen halben Tag lang anwesend war. Mehrere gepanzerte Limousinen mit Diplomaten-Kennzeichen fuhren mit einer Polizeieskorte zum Hotel und transportierten ihre Passagiere bis ins unterirdische Parkhaus, außerhalb des Blickfeldes der Presse. Der ehemalige Weltbank-Präsident James Woffinson starrte kühl auf unsere Kameras. Die sind wütend darüber, dass sie entlarvt werden. Da bin ich sicher. Sieh dir die getönten Scheiben an. Die wollen nicht gesehen werden. Die wollen nicht, dass irgendjemand weiß, dass sie hier sind. Also ich bin sicher, dass sie verärgert sind. Wir sind hier, um sie bloßzustellen. Denkst du, dass sie wütend darüber waren, dass sie heute auf der Titelseite der Lokalzeitung gewesen sind? Denkst du, dass sie dort drin jetzt gerade die Zeitung lesen, Jim? Ja, ich denke nicht, dass sie glücklich darüber sind. Sie bevorzugen es überhaupt, keine Publicity zu haben. Sie bevorzugen absolute Geheimhaltung. Ja, du schaust besser weg. Wir sind nicht deine Sklaven. Ich gehöre dir nicht. Hast du eine Liste von den Teilnehmern bekommen? Nein, ich habe unter einem leicht abgeänderten Namen danach gefragt und ich weiß nicht, ob ich sie bekommen werde oder nicht. Es könnte heute passieren. Jedes Mal, wenn ich in den letzten drei Jahren zu meinem Hotel zurückkam, wartet dort eine Kopie auf dich. Es ist nicht einmal so, dass ich die Quelle nicht preisgeben will. Ich kenne die Quelle selbst nicht. Das Fax hat immer den Bilderwerk Briefkopf, was ein nettes Andenken ist. Perfekt. Alex? Ja? Das ist Chalabi, nicht wahr? Du meinst, es war Chalabi? Es sah so aus. Das war ein fetter Kerl, ja. Das war Ahmed Chalabi. Ja. Oh mein Gott, dann werden sie wirklich den Iran angreifen. Oh mein Gott, dann werden sie wirklich den Iran angreifen. durchsickern, haben sie in den letzten Jahren ganz schön aus der Ruhe gebracht. Deshalb wird es immer schwerer. Aber es wird niemals zu schwer für uns werden, angesichts der erstklassigen Insider-Quellen. Leute, die für die Bilderberger arbeiten, vom Secret Service, aus der nächst unteren Ebene der Bilderberger, wie die Büromitarbeiter, das Verwaltungsbüro. Sie sind unsere Augen und Ohren. Und jedes Mal, wenn sich etwas ereignet, bekommen wir die Information. Ich glaube, das ist die Queen. Siehst du sie? Wenn die Leute vom Secret Service, die die Bilderbergdelegierten beschützen, das Personal oder die Köche hören, was all diese furchtbaren Leute besprechen, sind sie normalerweise die Ersten, die uns aufsuchen und die Ersten, die sicherstellen, dass wir die Informationen über das Treffen bekommen. Wir sind sehr vorsichtig mit den Informationen, die nach draußen gelangen. Wir bestätigen die Quellen zwei, drei, viermal, um sicherzustellen, dass die Informationen stimmen. Die Bilderberger haben bisher absichtlich viel Desinformation verbreitet, um die Berichterstattung zu sabotieren. Deshalb veröffentlichen wir nie etwas unmittelbar, ohne es zu prüfen. Das sieht aus wie Rockefeller. Die Entscheidungen, die diese Leute treffen, beeinflussen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik, die Umwelt, kurz das gesamte Spektrum. Diese Entscheidungen werden von einer sehr elitären Gruppe hinter verschlossenen Türen getroffen, dieses Jahr im Brook Street Hotel. Wir werden in diese Entscheidungen nicht eingeweiht. Wir dürfen nicht hören, was sie besprechen, aber wir werden definitiv im Laufe der nächsten zwölf Monate die Konsequenzen dieser Entscheidungen spüren, wenn Ereignisse scheinbar zufällig geschehen, die in Wirklichkeit in diesem Jahr hier im Brook Street Hotel vom 8. bis 11. Juni geplant worden waren. Was bedeutet es, wenn 120 der mächtigsten Leute der Welt zusammenkommen, um sich mit Regierungsfunktionären zu treffen? Ich halte das für erstaunlich. Das bedeutet, sie planen die Agenda der Konzerne, nicht die Agenda des demokratischen, menschlichen Fortschritts, meiner Meinung nach. Mussolini definierte das so, wenn die Interessen der Konzerne alle anderen Interessen übersteigen, das ist Faschismus. Er sagt, es sollte besser Korporatismus genannt werden. Nenne es Korporatismus oder Faschismus, Neoliberalismus, Neokonservatismus. Es gibt eine Bandbreite an politischen Begriffen, abhängig davon, von welcher politischen Richtung man kommt. Was all die Begriffe beschreiben, ist das völlige Ende der Demokratie. Das Ende von dem, was dem Volk etwas bedeutet. Das Ende für den Fortschritt der Menschheit. Aus diesem Grund halte ich das hier für abscheulich. Meine Damen und Herren, wir sind heute hier in Kanada, um uns gegen die Bilderberggruppe zu erheben, welche versucht, die Souveränität der Vereinigten Staaten loszuwerden. Die Wahrheit über eure Weltregierung ist nun enthüllt worden. Wir wissen, dass ihr ruchlos seid. Wir wissen, dass ihr keine Skrupel habt. An David Rockefeller und die Repräsentanten der Rothschilds, an die Königin der Niederlande und den Rest von euch. Wir sagen euch, dass ihr nicht unsere Königinnen, unsere Könige oder unsere Götter seid. Wir gehören euch nicht. Wir sind nicht eure Sklaven. Wir als freie Menschen stellen uns euch entgegen, so wie sich die freien Menschen seit Anbeginn der Zeit den Tyrannen entgegenstellen, den Schurken, den Unterdrückern. Wir werden eure Weltregierung bezwingen. Wir werden die globalen Steuern bezwingen. Wir werden euer Kontrollnetz bezwingen. Gott steht auf unserer Seite. Ich stehe vor dem Schöpfer des Universums. Und wie unsere Gründungsväter im Jahr 1776 bitte ich den Schöpfer des Universums, uns zu führen, zu leiten und anzuweisen und uns die Macht zu geben, die Voraussicht, den Verstand und den Willen, um uns eurer gesamten Agenda entgegenzustellen. Darunter euer letztendlicher Plan zur Reduktion der Weltbevölkerung um 80 Prozent, den Henry Kissinger im Jahr 1973 verfasst hatte. Warum versetzt ihr die Impfstoffe mit Quecksilber und das Wasser mit Natriumfluorid? Warum? Warum versetzte die Impfstoffe mit Krebsviren? Warum habt ihr inzwischen abgereichertes Uran in vier verschiedenen Ländern eingesetzt? Ihr seid arrogant. Ihr habt die Krankheit, die Eliten in ihren Elfenbeintürmen durch die gesamte Geschichte hindurch hatten. Ihr glaubt, ihr wärt unbesiegbar. Ihr seid bereits jetzt am Scheitern. Eure neue Weltordnung wird fallen. Die Menschheit wird euch besiegen. Die Antwort auf 1984 ist 1776. Bilderberg ist eine Elite-Organisation, bei deren Treffen folgende Richtlinien vorgesehen sind. Nachdem das Personal geprüft wurde, wird den Leuten genau mitgeteilt, wie sie sich verhalten sollen. Das bedeutet, sie dürfen die Konferenzteilnehmer nie direkt ansprechen. Sie dürfen sich nur äußern, wenn sie vorher angesprochen werden. Sie dürfen ihn nicht in die Augen sehen. Sie müssen sich den Konferenzteilnehmern, welche Rechtshänder sind, von der rechten Seite näher und den Linkshändern von der linken. Sie dürfen sie nie direkt ansehen. Natürlich ist es überflüssig zu erwähnen, dass all die während den Konferenzen besprochenen Informationen unter keinen Umständen nach draußen gelangen dürfen. Das ist, was ihnen gesagt wird. Ihnen wird gedroht, dass sie in ihrem Berufsfeld keinen anderen Job mehr finden würden, falls sie Informationen der Presse offenbaren. Botschafter Richard Holbrook dachte, dass er den Pöbel nicht erkennen würde, wenn er einen Spaziergang auf dem Gelände des Brook Street Hotels macht. Holbrook lachte, als ich ihm zurief, dass wir nicht seine Sklaven wären. Holbrook, wir sind nicht deine Sklaven! Wir sind nicht deine Sklaven! Holbrook, wir gehören dir nicht! Wir sind nicht dein Eigentum! Gehen sie zurück auf den Bürgersteig! Wir sind die freie Menschheit! Da marschiert er davon, feiglich. Okay, wir fahren hier hinten rum. Hey, wie geht's euch? Es gibt mehrere Ringe von Sicherheitsdiensten. Die amerikanische Delegation wird bei jedem Bilderbergtreffen üblicherweise von der CIA und einer Sonderabteilung der US Army geschützt. Die britische Delegation wird vom MI6 geschützt. Die Israelis werden normalerweise vom Mossad geschützt. Die Polizei in Ottawa, die in diesem Fall einen Schutzdienst übernimmt, bekommt sehr wenige, eigentlich gar keine Informationen darüber, worum es bei dem Treffen geht. Die wissen nicht, wer die Bilderberger sind. Dann gibt es ein privates Eliteunternehmen, welches den Grenzbereich schützt und die Drecksarbeit erledigt, wie das Verscheuchen der Fotografen und das Belästigen der Demonstranten. Das ist der Kleinkram. All die bedeutende Arbeit wird von den Sicherheitsdiensten wie der CIA und dem MI6 übernommen. Vor ein paar Jahren, als meine Beine noch ein wenig kräftiger waren als heute, kletterte ich im Schutz der Dunkelheit über einen Zaun und schlich mich vorwärts. Die Polizisten fingen an zu rufen und auf mich zu deuten, also rannte ich mit einer Geschwindigkeit, von der ich gar nicht mehr wusste, dass ich noch zu ihrem Stande war. Ein paar Schüssel wurden abgegeben, aber sie flogen weit über meinen Kopf hinweg. Ich meine, die haben mich eingeschüchtert, aber die waren nicht dazu bereit, mich umzubringen. Nicht, wenn die Scharfschützen sechs Meter über meinen Kopf hinweg schießen. Die Bilderberg-Gruppe wurde von David Rockefeller und den Rothschilds in Großbritannien und Europa gegründet. Die sind immer noch der wichtigste Machtblock. Baron Evelyn de Rothschild nahm viele Jahre lang persönlich teil. Rothschild ist immer noch vertreten. Man sieht Repräsentanten der Rothschild-Gruppe auf der Teilnehmerliste. Sie sind die wichtigste Macht hinter Bilderberg. Royal Dutch Shell ist Teil der Reichtümer der Königin von den Niederlanden. Die Rockefellers waren natürlich immer dick im Ölgeschäft. Das war die ursprüngliche Quelle ihres Geldes. Jim bekam gerade die offizielle Bilderberg-Mitgliederliste samt Briefkopf und seinen Maulwurf innerhalb der Bilderberger. Werfen wir einen Blick darauf. Jim, du hast die Liste bekommen. Haben wir bestätigt, dass Wolfowitz hier ist? Denn er ist nicht auf der Liste. Nein, wir haben Wolfenson bestätigt. Ja, er ist auf der Liste. Da steht er, James Wolfenson. Aber gibt es nicht immer Personen, die nicht aufgeführt sind? Ja, im Laufe der Jahre haben wir manchmal eine teilnehmende Person, manchmal drei identifiziert, die nicht auf der Liste stehen. Was für die meisten Leute schwierig zu begreifen ist, ist, wie solch eine kleine Gruppe von 120 Männern und ein paar Frauen eine Bevölkerung von 6 Milliarden kontrolliert. Es ist eigentlich einfacher, als man annehmen würde. Diese Leute arbeiten mit einer systemischen Methodologie, wie ich es nenne. Wenn man einen Apfelkuchen in viele sehr kleine Teile zerschneidet, und man an die Spitze jedes Einzelteils einen Mann oder eine Frau seines Vertrauens setzt, dann kontrolliert man die gesamte Organisation durch die Kontrolle über diese Individuen. Nehmen wir als Beispiel Paul Wolfowitz, der die Weltbank leitet. Durch ihn kann man die gesamte Organisation kontrollieren. Man muss nicht kontrollieren, was der Tellerwäscher oder der Klo-Putzer denkt, tut oder glaubt. Man muss nur kontrollieren, was er tut und an was er glaubt. Denn dies ist, was die gesamte Organisation beeinflussen wird. So kontrolliert man mit einer zahlenmäßig sehr, sehr kleinen Machtbasis eine Weltbevölkerung von 6 Milliarden Menschen. Die Bilderberger machen große Fortschritte auf dem Weg hin zu einer Weltregierung. Sie haben in Europa einen Superstaat geschaffen, die Europäische Union. Sie beabsichtigen die Schaffung einer weiteren Union in der westlichen Hemisphäre, die sogenannte Amerikanische Union. NAFTA soll auf jedes Land in dieser Hemisphäre ausgeweitet werden. Wenn NAFTA ausgeweitet wird, dann wird es die Rolle einer nordamerikanischen Union einnehmen. Nur eine informierte Bevölkerung kann deren Pläne durchkreuzen. Wir gingen in die Innenstadt von Ottawa und sprachen dort mit Anwohnern, um herauszufinden, ob sie sich bewusst sind, dass die Elite sich in ihrer Stadt trifft. Hey, Ihre Aufmerksamkeit bitte, für einen Moment. Ich muss Ihnen mitteilen, dass eine Gruppe, die sich hier in Kanada getroffen hat, eure Souveränität abschaffen und euch mit den USA und Mexiko verbinden will. Das ist nicht lustig. Ich meine das ernst. Eure Nachrichten werden euch das nicht mitteilen. Das ist todernst. Ich möchte euch das nur wissen lassen. Wie sagt man, das sind die Typen, die die Welt regieren? Die treffen die Entscheidung für uns und wir gehorchen. Sir, haben Sie gehört, dass die Bilderberger sich in der Stadt treffen? 120 der mächtigsten Menschen der Welt? Nein. Hey, wissen Sie, dass die Elite sich gerade in der Stadt trifft? Haben Sie davon gehört? 120 Gangsterbosse? Niemand von Ihnen hat davon gehört. Niemand von Ihnen hat von den Bilderbergern gehört. Die treffen sich gerade in diesem Moment. Rund 10% der Leute in der Stadt wussten von der Agenda der neuen Weltordnung. Als wir zum Parlament fuhren, wusste dort beinahe die Hälfte der Leute, die wir ansprachen, Bescheid. Was sagten Sie über die amerikanische Union? Ich sagte, es wird letztendlich soweit kommen. Wir wollen es nicht, aber es wird soweit kommen. Warum denken Sie das? Weil die Bilderberger die Welt regieren. Die Trilaterale Kommission ist auch Teil der Bilderberger. Die Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Aber das meiste davon ist der Öffentlichkeit bekannt. Niemand möchte glauben, dass Verschwörungen existieren. Dass unsere politischen Führer für uns ausgewählt werden, bevor wir über sie abstimmen. Wir hier wissen, dass Bernard Lohr Teil des äußeren Ringes ist. Ich war überrascht, als ich las, dass Harper vor der Gruppe im Jahr 2003 eine Rede gehalten hatte. Nach meinem Verständnis gelangt niemand in die hohe Politik, ohne Teil der Bilderberg-Gruppe zu werden. Hinterher findet man heraus, dass das tatsächlich zutrifft. Ja, Bill Clinton ging 1991 dorthin. George Bush Senior ist um 1985. Blair genauso. Die, von denen wir annehmen, dass wir sie als Führer wählen, sind bereits zuvor für uns ausgesucht worden. Egal ob linksliberal oder konservativ, die sind bereits Teil der Gruppe. Denen gehören alle Pferde im Rennen. Denen gehören alle Pferde. In den Vereinigten Staaten beispielsweise haben wir ein Ein-Parteien-System mit zwei Teilgruppen. Man meint nur, es wären zwei verschiedene Parteien. Genau so ist es. Bill Clinton macht ständig Urlaub mit den Bushes und die nennen ihn ihren Sohn. Die haben das 1991 alles inszeniert und es kam heraus. Es ist einfach alles inszeniert. Die lassen sich Billionen von Dollar nicht einfach entgehen. Die gute Nachricht ist aber, dass die Leute aufwachen. Wenn man die Menschheitsgeschichte liest und studiert, dann stößt man fast ausschließlich auf Eliten, die versuchen zu dominieren, auf Täuschungen und gegenseitigen Verrat, wie bei Machiavelli. In den letzten 50 Jahren hat man es irgendwie geschafft, die Leute im Westen davon zu überzeugen, dass Regierungen anständig wären, moralisch und vertrauenswürdig. Wie konnte das geschehen? Es ist einfach, Schafe anzuführen. Leute laufen nur hinterher. Die wollen nicht glauben, dass diese Dinge geschehen werden. So was kann nicht sein, wir folgen einfach der Norm. Das ist alles. Es macht das Leben einfacher für jeden. Wie beurteilen Sie den Verlust von Kanadas Souveränität? Ich möchte, dass das Land so bleibt, wie es ist. Und ich möchte, dass die Vereinigten Staaten weiter existieren. In Austin, der Hauptstadt von Texas, war sich die Bevölkerung in einem schockierend geringen Maße der Gefahr bewusst, in der sich die Nation befindet. Haben Sie von der Nordamerikanischen Union gehört? Nicht wirklich, nein. Ich schaue kein Fernsehen. Nein, habe ich nicht. Interessant, davon wusste ich nichts. Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Also, ich denke nicht, dass es eine Verschmelzung der drei Nationen geben wird. Nein, habe ich nicht. Ähm, nein. Nein, ich hatte keine Ahnung, dass das vor sich geht. Ja, das habe ich. Oh, Sie haben davon gehört? Ja, nein. Von der großen Demo wissen Sie nichts? Nein, gar nichts. Nein, habe ich nicht. Haben Sie von der Europäischen Union gehört? Ja, das habe ich. Wissen Sie von der Europäischen Union? Oh ja, natürlich. Haben Sie von der Europäischen Union gehört? Von der schon. Haben Sie von der Europäischen Union gehört? Nein. Europa, 15 Mitgliedstaaten und wird ausgeweitet? Eine was? 15 Nationen Europas verschmolzen im Jahr 2000. Whatever. Im Laufe von über 50 Jahren erschuf die Bilderberggruppe auf verdeckte Weise hinter der Fassade von Handelsabkommen der Europäischen Union. Jetzt benutzt die Elite das gleiche Programm der Geheimhaltung, um die nordamerikanische Union zu vervollständigen. Nur dieses Mal findet die Integration in einen Superstaat in Hochgeschwindigkeit statt. Internationale Abkommen wie NAFTA, GATT und AIPAC waren nur die Sprungbretter für die Formierung der NAU. Die Geburt der nordamerikanischen Union fand offiziell an der Baylor-Universität im texanischen Waco am 23. März 2005 statt. Die Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, erklärten gegenüber den Medien, dass sie sich nur getroffen hätten, um das Thema Handel zu besprechen. Bald sickerte durch, dass während dem trilateralen Gipfel der Sicherheits- und Wohlstandspartnerschaft ein geheimes Treffen abgehalten worden war. Die drei Regierungen weigerten sich, das Geheimabkommen in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im September 2006 wurde die verräterische Operation ausführlich entlarvt. Vom 12. bis 14. September trafen sich im kanadischen Band hunderte Gewählte und für ihren jeweiligen Posten ernannte führende Regierungsfunktionäre Kanadas, Mexikos und der USA unter strenger Geheimhaltung. Am letzten Tag der Konferenz spielte jemand aus dem geheimen Forum der nordamerikanischen Union der Presse die Agenda zu. Zeitungen in ganz Kanada brachten Artikel darüber auf den Titelseiten. Die Stiftung Judicial Watch forderte unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz die Veröffentlichung der vollständigen Agenda sowie der Protokolle der Versammlung. Viele Bundesbehörden lehnten dies ab aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die Stiftung hatte letztendlich Erfolg und erhielt tausende Seiten an Dokumenten. Die als von der Geheimhaltung befreit gekennzeichneten Dokumente legen die Struktur einer Schattenregierung offen, die durch die Bestimmungen der Bürokratie und die Exekutivgewalt herrscht. Die tausenden Seiten chronologisieren eine bereits operierende nordamerikanische Union. Das Verkehrswesen, die Polizeibehörden, die Landwirtschaft, die Rechtsvorschriften, das Bankwesen, die verarbeitende Industrie, das Bauwesen, das Bildungswesen, die Einwanderungsgesetze und sogar die Armeen der drei Nationen werden verschmolzen, ohne dass das Volk und die gewählten Volksvertreter im Kongress einen Einfluss auf diesen Prozess haben. In einem der ersten Tagesordnungspunkte auf der Agenda wurde betont, wie wichtig es sei, dass ihr Plan unter dem Deckmantel der Geheimhaltung ausgeführt werde. Die Führungsebene sprach außerdem davon, die furchtende Bevölkerung vor dem Klimawandel auszunutzen, um eine auf dem gesamten Kontinent verbindliche Steuer auf CO2 durchzusetzen, mit deren Hilfe die neue Regierung finanziert werden solle. Der den Globalisten hörige Robert Paster wird unaufhörlich auf der Weltbühne als der Mann präsentiert, der hinter der nordamerikanischen Angleichung steckt. Als er vor dem Kongress aussagte, warf er für die Idee einer kontinentalen Sicherheitsgrenze, welche die nationalen Grenzen auslöschen und die Sicherheitsinfrastruktur verschmelzen würde. Wir schützen die Vereinigten Staaten heutzutage nicht am effektivsten an unseren Grenzen zu Mexiko und Kanada, sondern an der Grenze von ganz Nordamerika. Das nordamerikanische Zentralkommando mit Hauptsitz in Colorado Springs im Bundesstaat Colorado leitete offensichtlich das Treffen in Kanada. Im vergangenen Jahrzehnt trainierte das Pentagon regelmäßig zusammen mit mexikanischen und kanadischen Streitkräften und sprach offen darüber, jene in den Vereinigten Staaten einzusetzen, im Falle von Naturkatastrophen sowie zur Zerschlagung von Aufständen. Es dienen bereits über 100.000 Personen, welche keine US-Bürger sind, bei den US-Streitkräften. Das Pentagon eröffnet nun vermehrt Rekrutierungszentren in Mexiko, den Philippinen und in Osteuropa. Große Polizeidezernate im ganzen Land unterstützen Gesetzesänderungen, damit Leute ohne Staatsbürgerschaft Polizeibeamte werden können. Was wir beobachten, ist ein Szenario wie im Film Red Dawn in Zeitlupe. Immer wieder in der Geschichte benutzen Tyrannen Ausländer, um die eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Als der Staatsstreich der drei Regierungen entfüllt wurde, übten sie sich in Schadensbegrenzung. Die Sicherheits- und Wohlstandspartnerschaft inszeniert im Februar 2007 flugs ein Gipfeltreffen im kanadischen Ottawa. Der einzige Weg, auf dem wir Sicherheit und Wohlstand für unsere Bevölkerung erreichen können, ist diese Kooperation. Wir bewohnen ein zusammenhängendes Gebiet, Nordamerika. Wir, die Außenminister, hatten die Gelegenheit darüber zu sprechen, wie wir in der Region und in der Welt kooperieren. Protestler, welche ungehalten darüber waren, dass sie ihr Land und ihre Freiheit verlieren, wurden nicht geduldet. Vor ein paar Wochen hat Al-Qaida... In ihren Publikationen äußerten die Globalisten offen ihre Frustration darüber, dass die Bevölkerung nicht auf die jüngste PR-Nummer hereingefallen war. Während die Integration innerhalb der Europäischen und Nordamerikanischen Unionen beschleunigt wird, werden die beiden Superstaaten auch gleichzeitig miteinander verbunden. Am 30. April 2007 wurde im Weißen Haus ein Treffen abgehalten. Die heimliche Vorgehensweise der Sicherheits- und Wohlstandspartnerschaft hatte die Öffentlichkeit alarmiert. Dieses Mal verbargen Präsident Bush, Kanzlerin Merkel und der Präsident der EU-Kommission Barroso ihren Verrat erst gar nicht. Ich danke der Kanzlerin und José für den transatlantischen Wirtschafts-Integrationsplan. Auch dafür müssen wir einen gemeinsamen Markt und gemeinsame Standards entwickeln. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Abkommen und darüber hinaus ein Abkommen, welches einen transatlantischen Wirtschaftsrat mit sich bringt, der ein permanentes Gremium sein soll. Mit hochrangigen Personen auf beiden Seiten des Atlantiks, die all diese Themen konkret betrachten, um zu sehen, auf welche Art wir die Dinge vorwärts bewegen können. Die BBC berichtete, dass die USA und die EU sich auf einen einheitlichen Markt geeinigt hätten. Durch die Ankündigung der Integration in eine neue Wirtschaftsgemeinschaft wiederholten sie einfach nur im größeren Maßstab, was in Amerika und der EU getan worden war. Laut dem Übereinkommen werden beide Blöcke vehement auf eine Annäherung ihrer Regularien in mehr als 35 Teilgebieten hinarbeiten. Von Finanzdienstleistungen über geistiges Eigentum bis hin zu Militär, Bildung, Firmenfusionen und Betriebsübernahmen. Man einigte sich darüber hinaus, gemeinsam eine globale CO2-Steuer durchzusetzen. Wir erkennen, dass die Treibhausgase ein Problem darstellen. Wir stimmen überein, dass es eine globale, ernste Bedrohung ist. Wir stimmen überein, dass es eine Notwendigkeit gibt für die Festlegung einer Obergrenze für die Treibhausgase. Wir müssen eine mögliche Besteuerung von CO2 diskutieren. Wie man das im Hinblick auf die Marktwirtschaft in den Industrieländern zum Beispiel überhaupt wettbewerbsfähig umsetzen kann. Wir haben uns darauf geeinigt, ein hochrangiges Forum zu schaffen. Dieses Fazit der EU und der USA wird in die G8 übertragen und mit den Outreach-Ländern wie China, Südafrika, Brasilien und Indien besprochen werden. Eine globale Lösung für ein globales Problem. Wenn die Bilderberger Erfolg haben, fällt Amerika. All die betroffenen Staaten werden ihre Souveränität verlieren. Bilderberg ist keine Person und keine Idee, sondern ein Ideal. Eine sehr mächtige Gruppe an Leuten, die zusammenarbeiten, um von einer absoluten und ultimativen Machtposition aus jede Verfassung auf der Welt zu zerstören. Egal wie mächtig die jeweilige Verfassung oder das Land ist, das ist, was diese Leute tun. Die Afrika-Union entstand aus der afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, welche in den frühen 1980er Jahren geschaffen worden war. Die Afrika-Union wird durch ein Konsortium an internationalen Gremien, Regierungen und Konzernen finanziert. Die Armee der Afrika-Union dient als Exekutivgewalt für die Ausbeutung Afrikas durch die neue Weltordnung. In Asien haben APEC und ASEAN Pläne angekündigt, um die ASEAN-Union zu gründen. Die Mitgliedsstaaten in ASEAN und im Pazifik-Raum bewohnen über drei Milliarden Menschen. APEC wird die asiatisch-pazifische Union werden, und die Welt wird in drei große Regionen aufgeteilt werden, zur bequemeren Verwaltung durch die Weltregierung, deren Rolle die UNO zunehmend übernehmen soll. Während die einzelnen Unionen gebildet werden, werden sie gleichzeitig bereits miteinander verschmolzen, um die erste weltweite Regierung zu bilden. Sie versuchen, jede Nation auf Erden zu zerstören, die versucht, wirklich einen Fortschritt zu realisieren. Denn diese Leute sind im Prinzip Großgrundbesitzer. Sie brauchen keinen Fortschritt, weil sie den Grund und Boden kontrollieren. Wenn man die mächtigsten Leute in London betrachtet, die zum Rat der 300 und den Bilderbergern gehören, die britischen Monarchen, die Welfen, der schwarze Adel in Venedig und Genua, diese Leute sind Großgrundbesitzer. Die neue Weltordnung ist die alte Weltordnung. Nur die Namen und die Fassaden haben sich geändert. Das Konzept aber hat sich nicht geändert. Sie schleifen uns mit aller Gewalt zurück ins Mittelalter, in die postindustrielle Weltordnung. Eine Sache, die die meisten Amerikaner ziemlich schockiert, ist die Tatsache, dass in dem 1995 erschienenen Bericht der Vereinten Nationen über globale biologische Vielfalt klar und deutlich dargelegt wird, dass wir für den Schutz des Planeten zu einem feudalen System zurückkehren müssen. Die sagen das offen in dem Dokument. Um eine moderne, feudale Gesellschaft zu konstruieren, erfolgt die Implementierung eines standardisierten Ausweises für die Nordamerikanische Union durch die Globalisten, um die Leibeigenen zu verfolgen, sie aufzuspüren und zu kontrollieren, während jene sich in den drei Regionen der NAU bewegen. Unter Ausnutzung der durch die Globalisierung bedingten Vertreibung der Menschen baut die neue Weltordnung mit Hochdruck an der physischen Infrastruktur der Nordamerikanischen Union. Das NAFTA Superautobahn Kontrollnetz Ich bin Arthur Peterson, Colonel der US Army im Ruhestand. Ich sehe heutzutage Dinge geschehen, wegen denen sich mein Freund, der im Zweiten Weltkrieg gestorben war, im Grab umdrehen würde. Der Gedanke, dass Leute überhaupt die Beschlagnahmung der Grundstücke und der Häuser von Bauern und Ranchern und deren Aushändigung an ausländische Konzerne wie aus Spanien in Erwägung ziehen, die von Don Carlson kontrolliert werden, ein berüchtigter Sozialist, dass die sich 50 Jahre lang auf texanischem Boden breit machen können. Der vorgeschlagene Trans-Texas-Korridor wäre ein Flickenteppich aus Superautobahnen und Schienen, der sich über 4000 Meilen von der Grenze Mexikos über Texas nach Oklahoma erstrecken würde. Ein Pachtvertrag wurde unterzeichnet, der die texanische Autobahn 121 zu einer Mautstraße machen würde. Ein spanischer Privatkonzern bekam den Vertrag für Bauarbeiten und das Einsammeln der Mautgebühren mit einer Laufzeit von 50 Jahren. Diese Geschäfte mit Privatfirmen werden größtenteils im Geheimen ausgehandelt und viele Legislatoren des Bundesstaates befürchten, dass Steuerzahler verraten und verkauft werden. Kritiker sagen, es wäre eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Es sei Teil eines Planes für eine nordamerikanische Integration, der von Eliten aus der Politik und den Konzernen ohne Zustimmung des Kongresses oder der Wähler umgesetzt werde. Wir flogen über Zentral-Texas, um den Trans-Texas-Korridor von der Vogelperspektive aus zu betrachten, der sich in der Bauphase befindet und das Herzstück des Trans-Nerv-Super-Autobahn-Systems bilden wird. Die Geschichte wiederholt sich. Vor 2000 Jahren führten alle Straßen nach Rom. Rom ließ mehr als 10.000 Meilen an Straßen im gesamten Imperium bauen und instand halten. Die Straßen wurden benutzt, um die militärische Macht Roms zu vergrößern, um den Handel zu kontrollieren und um die Völker zu verflechten, wie sie beherrschten. Rom verlangte Tribut. Untergebene Roms, von Albären bis Judäa, waren gezwungen, für die Benutzung der Straßen Steuern zu zahlen. Die Römer wiederum verwendeten die Steuer, um ihre Untergebenen zu dominieren. Die Super-Autobahnen von heute sind eine mächtige Waffe im Arsenal der Globalisten. Sie sind instrumentell für die Abschaffung von Staatengrenzen und die Verschmelzung von Nationalstaaten in größere Konföderationen. Ausländische Regierungen und Konzerne reißen sich Teile der Infrastruktur Nordamerikas unter den Nagel, aber nirgendwo war die Attacke so vehement wie in Texas. Texas steht an vorderster Front. Über 8000 Meilen, an bereits existierenden Straßen sowie großflächiger Grundbesitz werden ausländischen Konzernen mit Verbindungen zu den jeweiligen Regierungen ausgehändigt. Die ausländischen Firmen kaufen die Legislatoren, welche anschließend die völlige Kontrolle an die Sponsoren ihrer Wahlkampagne übergeben. Regierungsgewalt wird auf diese Weise an regionale Gremien übertragen, welche die Lokalregierungen und den Willen der Bürger übergehen. Die nächste Stufe dieses Plans für eine Weltregierung ist die Kontrolle über das Verkehrswesen, genannt NAFTA Superautobahn, und in Texas der Trans-Texas-Korridor. 236 Hektar Grund und Boden werden konfisziert und der Kontrolle eines spanischen Konzerns überlassen, der die nächsten 50 Jahre lang Mautgebühren in Texas einnehmen wird. Und es gibt keine Höchstgrenze für die Mautgebühren, die verlangt werden können. Mehr als 80 Autobahnen des Bundesstaates und der gesamten Nation sind als internationale Arterien entworfen worden. Der I-35 NAFTA-Korridor startet in Mexiko, verläuft durch die Vereinigten Staaten und endet in Zentral-Kanada. Containerschiffe aus Asien laden ihre Transportgüter an der Pazifiküste von Mexiko ab, welche von dort ab zollfrei auf Schienen zum neuen Inlandhafen von Kansas City gebracht werden, der nun als souveräner mexikanischer Boden gilt, mitten im Herzen der Vereinigten Staaten. Unter internationalen Abkommen verlangen überwiegende ausländische Konzerne Mautgebühren für die Benutzung von bereits existierenden mit Steuergeldern bezahlten Straßen. Dokumente der Bundesbehörden, des Bundesstaates und von Konzernen zeigen, dass die Einnahmen verwendet werden, um die Verkehrsinfrastruktur von Mexiko zu erweitern, nicht jedoch die von den Vereinigten Staaten oder Kanada. Das Ziel ist, im Ausland gefertigte Produkte noch schneller über Mexiko zu importieren. Teile der Einnahmen sollen außerdem verwendet werden, um die sich im Frühstadium befindliche Nordamerikanische Union mitsamt ihrer wachsenden Bürokratie zu finanzieren. Unter dem Strich bedeutet das Folgendes, man benutzt unser eigenes Geld, um uns zu versklaven. Erstens, Sie schlagen ein nordamerikanisches Tribunal vor, welches dem ähnelt, was wir in Kapitel 11 des NAFTA-Abkommens haben. Es wird internationalem Recht unterstehen. Der oberste Gerichtshof der USA und unsere Verfassung könnten möglicherweise außer Kraft gesetzt werden. Was wir dann hätten, wäre ein nordamerikanisches Wirtschaftsrecht, welches über dem stehen würde, was wir in den Vereinigten Staaten haben. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass das NAFTA-Hauptquartier in Mexiko ist, den Handel der Vereinigten Staaten kontrollieren, sowie unabhängig vom Kongress der Vereinigten Staaten entscheidet, und niemand scheint dies in Frage zu stellen. Es ist sehr wahrscheinlich und wahrscheinlich unabwendbar, dass unser Recht auf das Führen von Waffen vor einem nordamerikanischen Gericht angefochten werden wird. Das ist ein Beispiel von dem, was vor sich geht und was vorgeschlagen wird. Wir wollen unser System von Gerichtsverfahren mit Geschworenen behalten. Wir wollen unser Recht auf den Besitz und das Führen von Waffen behalten. Wir wollen das System, in dem wir einen obersten Gerichtshof haben, und nicht ein Tribunal, welches den obersten Gerichtshof übertrumpft. 2005 unterzeichnete die Firma Sintra, welche sich in spanischer Hand befindet, ein Geheimabkommen mit dem Verkehrsministerium von Texas, um bestehende Straßen zu Mautstraßen zu machen, sowie neue Straßen, welche vollständig mit Steuergeldern finanziert wurden. Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt Leute in Texas, die nicht wissen, was der Trans-Texas-Korridor ist. TTC 69, über die diesen Herbst die Anhörung über den Umweltschutz abgehalten wird, verläuft durch meinen Bundesstaat. Und da gibt es Leute, die keine Ahnung haben von dem, was bald in ihrem Hinterhof passieren wird. Das texanische Verkehrsministerium, eine nicht vom Volk gewählte Behörde des Bundesstaates, erklärte, dass das Abkommen mit dem ausländischen Konzern sogar vor der texanischen Legislative geheim gehalten werden würde. Als die Wahrheit herauskam, forderten Zeitungen im gesamten Bundesstaat, dass in der Politik Köpfe rollen. Als Antwort darauf kaufte Sintra über ihre australische Niederlassung die erste Zeitung. Jede Zeitung, die sie sich aneigneten, hatte ihren Sitz an Zweigen des Trans-Texas-Korridors und war dem Plan für Maulstraßen gegenüber kritisch eingestellt. Die Kosten für 40, 50 Zeitungen sind nichts im Vergleich mit den erwarteten Profiten. Es wird geschätzt, dass allein mit der ersten Phase des Maulstraßenplans in Texas mehr als 200 Milliarden Dollar in den ersten 15 Jahren eingenommen werden. Und Texas ist nur ein kleiner Teil des globalen Spielfeldes. Ein Kartell aus transnationalen Konzernen eignet sich weltweit die durch die Bevölkerung finanzierte Infrastruktur an und dieselben Interessengruppen errichten eine Weltregierung nach ihren Vorgaben. Ein Paradies der Unternehmenskorruption, in welchem Regierungen die Staubsauger den Reichtum und die Ressourcen der Mittelklasse aufsaugen und das Geld auf Konten im Ausland transferieren. Übrig bleiben eine brachliegende Kultur und Wirtschaft mit Sklaven, die leicht Hand zu haben sind. Der ganze Zweck des nordamerikanischen Freihandelsabkommens ist nicht der Handel, sondern Kontrolle. Die Kontrolle über Menschen. Kefta ist sogar noch schlimmer. Die Kontrolle über Menschen. Es geht nicht um Handel. Es ist mit Steuergeldern subventionierter Handel. Diese Sache hat hier begonnen. Und um dieses Land zu retten, sage ich, machen wir diesem verdammten Ding den Garaus. Wenn wir es in Texas aufhalten, stoppen wir die neue Weltordnung hier in Texas. Umfragen zeigen übereinstimmend, dass über 90% der Menschen die nervte Autobahnsysteme und deren Mautstraßen ablehnen. Als die Bevölkerung von dieser Bedrohung erfuhr, wurden die Leute wütend und handelten. Unsere Ranch ist Teil der ursprünglichen Landabtretung durch Spanien und ich wäre froh, sie nicht an Spanien zurückgeben zu müssen. Die Gegner einer vorgeschlagenen Superautobahn veranstalteten heute eine Großdemonstration. Die Mehrheit der Counties von Texas stimmte gegen den Plan von der Nordamerikanischen Union und schwor, den Bau der Infrastruktur der Union zu blockieren. Wir wissen bereits, dass laut einem Gesetz, das bereits durch einen unterwürfigen US-Kongress verabschiedet worden ist, praktisch niemand im gesamten Kongress hat sich dagegen gestellt und nein gesagt, alle Führerscheine mit Chips versehen werden. Ich sage euch hier und jetzt, ich werde keinen Führerschein mit mir führen, der einen Chip hat, mit dem Big Brother verfolgen kann, wohin ich gehe und was ich tue. Nein, 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 nein zu all dem. Nein, nein. Uns, dem Volk, gehört dieser Boden. Uns, dem Volk, gehören diese Bäume hier. Uns, dem Volk, gehört unser wunderschönes Texas und wir werden uns nicht von einem Haufen Gangster und Raubbarone unser schönes Texas wegnehmen lassen. Auf keinen Fall. Danke euch. RFID-Chips, die in den Inspektionsaufklebern und Mordplaketten des Bundesstaates eingebettet sind, werden bereits benutzt, um die Bevölkerung zu verfolgen. Das neue System soll auch das Wachstum steuern und die Entwicklung lenken durch sogenanntes smartes Wachstum. Smartes Wachstum ist nichts weiter als der Versuch, Kontrolle in die Städte zu bringen. Wir sehen Dinge wie die neuen Naturschutzgebiete in den Vereinigten Staaten, das Wildland-Projekt und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, mit denen die ländliche Bevölkerung kontrolliert werden soll. Auf mautpflichtigen Autobahnen, die über bundesstaatliche Grenzen hinweg verlaufen, werden im ganzen Land Ausfahrten zugemauert, die zu kleinen Städten und ländlichen Gemeinden führen. Es werden absichtlich Geisterstädte geschaffen. Diese Entwicklung wird unter dem Nerv der Autobahn-System beschleunigt und soll mehr als die Hälfte der Vereinigten Staaten in Naturschutzgebiete verwandeln. Alle diese Dinge sind so angelegt, dass sie den Bürokratien und nicht dem souveränen Individuum dieser Nation mehr Kontrolle bringen. Folgendes brachte mich zu dieser ganzen Debatte. Während ich in den 1980ern und frühen 1990ern dieses Multimillionen-Dollar-Forschungsprojekt durchführte, erfuhr ich von der Agenda, praktisch die Hälfte der Vereinigten Staaten in Korridore und Schutzgebiete einzusperren. Es hat den Namen Wildlife-Projekt und ist auch ein wichtiger Eckpfeiler des UNO-Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Während diesen Nachforschungen begann ich zu verstehen, dass dies kein Unterfangen ist, um die Umwelt zu schützen, sondern um Leute wie dich und mich zu kontrollieren. Sie teilten die Vereinigten Staaten in diese kleinen Bereiche auf, in denen sie Straßen und damit ganze Gemeinden zerstörten, um alles wieder in den Zustand der Wildnis zu versetzen. Das Autobahn-System der Nation wurde in den 1950er Jahren von Kriegsplanern des Pentagons als ein Kanal für die schnelle Mobilmachung entworfen, damit bei einer Invasion Bodentruppen zur Verteidigung der Vereinigten Staaten bewegt werden können. Das verfassungswidrige Nordzentralkommando verwendet das Autobahn-System nun als Netzwerk für seine Machtausübung, um die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten zu dominieren. Durch die von der Bundesregierung finanzierten Notstand-Kommandozentren werden Stadtregierungen und die Regierungen der Counties im ganzen Land heimlich still und leise in die Bundesregierung eingegliedert. Es werden mehrere Milliarden pro Stadt ausgegeben, um Millionen an Überwachungskameras zu installieren. Jede Stadt in Hamlet, ganz gleich wie klein oder abgelegen, wird überwacht. Eine Software zum Auslesen der Autokennzeichen verfolgt alle Bewegungen der amerikanischen Bürger. Neue Systeme werden eingesetzt, welche unsere Gesichter scannen, unsere Lippen lesen und unsere Gehweise analysieren. Unter dem verräterischen Military Commissions Gesetz können amerikanische Bürger heimlich verhaftet, ihres Staatsbürgerstatuses beraubt, in ausländische Folterlage geflogen und heimlich hingerechnet werden. Laut Abschnitt 802 des Patriot Act Gesetzes gelten alle minderen Delikte als Terrorismus. Polizeieinheiten der Bundesregierung, genannt Viper Teams, zwingen wahllos Amerikaner dazu, ihre Ausweisdokumente vorzuzeigen. Auf den Bürgersteigen Miamis, in der U-Bahn von New York und auf den Straßen von Houston, Texas. Überall werden Bürger von schwer bewachneten Gangs der paramilitärischen Polizei durchsucht. Hey, könnten Sie die Kamera von uns weghellen, Sir? Das sind die Vereinigten Staaten. Hier gilt der erste Verfassungszusatz. Ich sage, halt die Kamera weg von meinem Gesicht. Sie sind auf den Straßen von New York. Und was soll das heißen? Ich sage, halt die Kamera von meinem Gesicht weg. Nein, das ist ein freies Land. Verdammte Scheiße, was ist los mit euch Leuten, Mann? Haltet die verdammte Kamera aus meinem Gesicht. Das hier ist nicht Nazi-Deutschland. Niemand hält Ihnen eine Kamera ins Gesicht. Oh mein Gott. Hey, zieh nach Russland, okay? Yo, Sarge! Sarge! Wir dürfen Kameras auf den Straßen haben. Ich sagte, haltet sie von meinem Gesicht weg. Er beschimpft uns hier. Ich sage, haltet sie von meinem Gesicht weg. Das ist alles, was ich sage. Lange vor 9-11 verletzte das Pentagon bereits ausgiebig das Bundesgesetz, welches es dem Militär untersagt, polizeilich gegen das amerikanische Volk tätig zu werden. Von Küste zu Küste, in einem Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten, tauchten Teams von Soldaten aus dem Nichts auf, hielten Autos an und durchsuchten Fußgänger. Diese Entwicklung beschleunigte sich und reguläre Armeesoldaten durchsuchten dann sogar beim Super Bowl, beim Kentucky Derby, sowie bei weiteren höchst populären Events die Taschen der Leute. Dann unterzeichnete Präsident Bush das Defense Authorization Gesetz, welches noch weitaus mehr Geld dafür die bereits aufgeblähte Schattenregierung zur Verfügung stellt. In dem Gesetz verkündete die Exekutive formell, dass sie sich auf einen Bürgeraufstand vorbereite und den Gouverneuren und Abgeordneten der Bundesstaaten wurde die Machtbefugnis entzogen. Die Bundesregierung verkündet offen, dass sie die einzige Autorität sei und sie behandelt die Bürger und die Bundesstaaten wie Feinde. Am 9. Mai 2007 verlieb Präsident Bush sich selbst neue Machtbefugnisse und die Präsidentschaft wurde offiziell per Ermächtigung zur Diktatur. In der Vergangenheit teilten sich die Legislative, die Judikative und die Exekutive die Verantwortung für die Fortführung der Regierungsaktivitäten in Ausnahmezuständen. Jetzt ist alle Macht auf den Präsidenten vereint. Jeder noch so kleine Anlass, darunter laut dem Wortlaut des Gesetzes jeglicher Vorfall auf der Welt, ungeachtetes Ortes, der einen Einfluss auf die Bevölkerung, die Infrastruktur, die Umwelt, die Wirtschaft oder die Tätigkeiten der Regierung hat, kann nach Gutdünken des Präsidenten zur Ausrufung des Kriegsrechts führen. Es ist wichtig hinzuzufügen, dass der Präsident eine bloße Marionette des globalen Verbrechersyndikats ist und die neuen Machtbefugnisse nicht unbedingt einsetzen wird, sondern sie an zukünftige Marionettenadministrationen weiterreichen könnte. Das ist wichtig hinzuzufügen. Du musst den Leuten beibringen, ihren Führer zu lieben. Das ist das absolut Wichtigste. Warum lernen wir nicht aus den Fehlern unserer Vorfahren? Warum ist die Menschheit gefangen in einem Kreislauf aus Blutvergießen und Sklaverei? Räuberische Eliten haben immer ihre Unterdrückung als vernunftmäßig erklärt, indem sie behaupteten, dass sie höhere Wesen seien und das göttlich sanktionierte Recht zu herrschen hätten. Das, obwohl sie nichts weiter sind als eine ruchlose Horde Psychopathen, die so lange wie Parasiten ihre Bevölkerungen aussaugen, bis ihr krebsartiger Imperialismus zum Zusammenbruch der Menschen führt. Es hat tausende tyrannische Regierungen in der Geschichte gegeben und weniger als zehn, die man wirklich freiheitlich nennen kann. Allein im 20. Jahrhundert wurden über 150 Millionen Menschen auf Befehl von Regierungen ermordet. In Russland löschte der Rote Terror über 60 Millionen Leben aus. Männer, Frauen und Kinder. Hitlers Krieg brachte über 22 Millionen Menschen um. Während Mao Tse Tungs Herrschaft wurden über 60 Millionen Bauern getötet. Und die Liste geht weiter. 300.000 unschuldige Zivilisten wurden in Guatemala getötet. Mehr als zwei Millionen Menschen von der Regierung in Kambodscha brutal umgebracht. Eineinhalb Millionen in der Türkei. 300.000 in Uganda. Über 800.000 Menschen wurden mit Macheten in Ruanda getötet. Traurigerweise gibt es zu viele Beispiele, bei denen unschuldige Familien von ihren eigenen Regierungen auf industriellem Niveau vernichtet wurden, um sie alle zu nennen. Es ist eine Tatsache, dass der Staat der Hauptverursacher von unnatürlichen Todesfällen ist. Wenn man die 150 Millionen Menschen, die von Macht besessenen Regierungen im vergangenen Jahrhundert getötet wurden, durch den Faktor 100.000 teilt, dann könnte man 1.500 Exemplare des größten Sportstadiums bis auf den letzten Platz mit der Anzahl der verlorenen Seelen füllen. 1.500 Sportstadien, jedes voll besetzt mit je 100.000 Menschen, alle davon vernichtet. Alle, die denken, dass so etwas nicht hier oder nicht ihnen selbst geschehen kann, sollten gewarnt sein. Das Morden in den letzten 100 Jahren war nur die Vorbereitungsphase in dem Masterplan der Neuen Weltordnung. Die Verbrechen von Hitler und Stalin sind inzwischen Teil der Geschichte. Aber das skrupellose kommunistische System Chinas geht sich nicht damit zufrieden, die höchste Anzahl an Morden in der Geschichte verbrochen zu haben. Der Massenmord sowie die Versklavung der Menschen dauern bis heute an und genießen die volle Unterstützung der Neuen Weltordnung. Das kommunistische China stellt ein Experimentierlabor für die Globalisten dar. Ein Versuchsgelände, in dem 1,4 Milliarden Menschen ein Leben als Versuchskaninchen führen. Als Versuchsobjekte für die schöne neue Welt. Amerikanische und britische Streitkräfte arbeiteten während dem Zweiten Weltkrieg eng mit Mao Zedong zusammen. Am Ende des Krieges unterstützen sie heimlich Mao bei der Vertreibung von Jinkai-Jek und den Nationalisten. Der OSS und später die CIA glaubten, dass Mao einen stabilisierenden Effekt haben würde. Bill Clintons Mentor, der Professor für Politikwissenschaft an der Georgetown-Universität, Carol Quigley, erklärte in seinem Buch Katastrophe und Hoffnung, warum die geheimen Plangruppen des anglo-amerikanischen Establishments jede Form von Autoritarismus unterstützten, vom Kommunismus bis hin zum Faschismus, um sicherzustellen, dass eine zentralisierte Regierung die Bevölkerung und die Wirtschaft den Plänen gemäß dominiert. Die Elite sind Monopolisten. Sie wollen durch Waffengewalt Monopole schaffen und Bevölkerungen dominieren. In den eigenen Veröffentlichungen hat der Führungskader der neuen Weltordnung beständig Lobreden auf das korrupte kommunistische System in China gehalten. Im August 1973 hatte David Rockefeller in einem für die New York Times verfassten Artikel nicht nur offen Mao-Zittungshandlungen gepriesen und befürwortet, sondern auch das angewandte System der Herrschaft und Kontrolle gefeiert. Was auch immer der Preis der chinesischen Revolution gewesen sein mag, sie war offensichtlich nicht nur erfolgreich darin, zu effizienteren und tatkräftigeren Administrationen zu führen, sondern auch darin, eine hohe Moral und eine Einheit der Bestimmung zu fördern. Das gesellschaftliche Experiment unter der Führung des Präsidenten Maos ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Geschichte. David Rockefeller, New York Times, 10. August 1973 Das kommunistische China stellt die vorbildhaft gelenkte Gesellschaft für die neue Weltordnung dar. China hat für die eigene Politik und Regierungsform mehr Auszeichnungen der UNO erhalten als irgendeine andere Nation. In den Augen der Globalisten ist das autoritäre China die Zukunft. China übernahm die gefürchtete Ein-Kind-Politik nach der Lobbyarbeit eines Konsortiums von Eugenik-Organisationen, darunter Planned Parenthood und die Vereinten Nationen. Paare, die mehr als ein Kind haben, werden mit schweren Geldbußen und Haft bestraft. Die Praktik der Zwangsabtreibung zusammen mit dem Wunsch nach einem männlichen Kind stürzen China in eine sich zusehends verschlimmernde Krise. Es gibt dort nun 30 Millionen mehr Männer als Frauen. Im chinesischen Polizeistaat wird jede Form von Widerspruch unnachgiebig gebrochen. Untergrundkirchen, Anhänger von Falun Gong und streikende Fabrikarbeiter werden alle in Zwangsarbeitslager deportiert. Ihre Blut- und Gewebeproben werden katalogisiert für eine zukünftige Entnahme ihrer Organe. Die chinesische Regierung verkauft später die Organe der Häftlinge an den Höchstbieter auf dem Weltmarkt. Falls ein reicher Patient nach China fliegt, wird der Häftlinge getötet und das Betreffen der Organe transplantiert. Wenn die Organe aus China ausgeflogen werden sollen, entnimmt man sie auf dem Weg zum Flugzeug in einem speziellen Hinrichtungsbus. Die Designer der chinesischen Gesellschaft lassen unnachgiebig alte und behinderte Menschen töten. China folgt lediglich dem Plan der Globalisten für die Welt. Das gleiche System völliger Dehumanisierung wird weltweit schrittweise eingeführt. Depopularisierung sollte die höchste Priorität sein in der Außenpolitik gegenüber der dritten Welt. Henry Kissinger, 1974 Es besteht die Notwendigkeit für eine neue Weltordnung. Aber jene hat verschiedene Eigenschaften in verschiedenen Teilen der Welt. Es mag sein, dass nichts von all dem sofort Erfolg haben wird. Aber es ist für mich sozusagen der Umriss, durch den irgendwann in den nächsten paar Jahren sich eine Lösung abzeichnen wird. Woher kommt diese Geisteshaltung? Warum töten die Eliten solche Massen an Menschen? Selbst wenn niemand ihnen Widerstand leistet. Selbst wenn sie bereits die völlige Kontrolle erlangt haben. Welche Ideologie treibt den psychopathischen Geist der Elite an? Seit Platos Zeit, vor 2400 Jahren, haben die Planer von Staatengebilden offen ihre Absicht erklärt, jedes Detail im Leben eines Bürgers zu kontrollieren. Von Fortpflanzungsprogrammen bis hin zur Massentötung von unerwünschtem Leben. Der dunkle Traum hält seit Jahrtausenden an. Die wissenschaftliche Rechtfertigung für Tyrannei hat Eliten immer angezogen, weil sie einen bequemen Vorwander verliefert, Mitmenschen schlechter als Tiere zu behandeln. Robert Thomas Malthus ist berüchtigt für seine Aussage, dass ein weitreichender Zusammenbruch der Nahrungsversorgung hilfreich wäre, weil dies die Arme hinausrotten würde. Sein fiktives Szenario wurde später als Malthusische Katastrophe bezeichnet. Malthus ist von Bedeutung, denn seine Ideen führten zu dem Aufstieg eines neuen Wissenschaftsgebietes, welches schließlich den Lauf der Menschheitsgeschichte über 200 Jahre lang bestimmte. Charles Darwin, ein Bewunderer des Konzepts der Malthusischen Katastrophe, entwickelte die Theorie der Evolution. Einer der Hauptleitsätze war das Überleben des Stärkeren. Mit der Hilfe von T.H. Huxley, genannt Darwins Bulldogge aufgrund dessen vehemente Unterstützung von Darwins Theorien, erreichten die Lehren eine breite Anerkennung in bedeutenden wissenschaftlichen Kreisen Englands und schließlich der ganzen Welt. Darwins Cousin Francis Galton, mit dem Titel Vater der Eugenik behehrt, sah eine Gelegenheit für den Fortschritt der Menschheit durch die Verbindung von Darwins Evolutionstheorie mit angewandten gesellschaftlichen Grundprinzipien zum Sozialdarwinismus. Die Familien Darwin, Galton, Huxley und Wedgwood waren so besessen von ihrer neuen Theorie der Gesellschaftsgestaltung, dass sie gelobten, sich nur innerhalb der vier Familien vorzupflanzen. Sie sagten irrtümlicherweise voraus, dass sie nur ein paar Generationen Übermenschen hervorbringen würden. Die aufstrebende Pseudowissenschaft lieferte lediglich die Scheinbegründung für die Praktik der Inzucht, die bereits seit Jahrtausenden bei Eliten verbreitet war. Das Experiment der vier Familien war ein Desaster. Nach nur zwei Generationen Inzest starben fast über 90 Prozent ihrer Nachkommen bei der Geburt oder waren entweder körperlich oder geistig behindert. Die reichen Schichten und besonders die Monarchenfamilien auf der Welt, die zuvor schon von Fortpflanzung besessen und von einer tiefen Verachtung für die Unterschicht erfüllt waren, stürzten sich auf die neue Wissenschaft und begannen, deren Ziele mit äußerster Vehemenz weltweit durchzusetzen. Biometrik erweckt den Anschein einer neuen Wissenschaft. Sie wurde jedoch von Galton in den 1870er Jahren entwickelt, um Rassenmerkmale und genetische Entwicklungen zu verfolgen, sowie um zu entscheiden, wer die Erlaubnis zur Fortpflanzung erhalten solle. 1904 wurde die Forschungseinrichtung Cold Springs Harbor in den Vereinigten Staaten vom Eugeniker Charles Davenport mit finanzieller Unterstützung der prominenten Raubbarone Carnegie, Rockefeller und Harriman gestartet. 1907 wurden die ersten Sterilisationsgesetze in den Vereinigten Staaten erlassen. Bürger mit leichten Missbildungen oder niedrigen Zensuren in ihren Schulzeugnissen wurden verhaftet und zwangssterilisiert. Du bist 17, nicht wahr, Alice? Ja, aber was habt ihr mit meinen Eltern gemacht? Wir versuchen ihnen zu helfen. Und dir auch. Sie wurden heute Nachmittag in die Klinik gebracht. Klinik? Die waren aber heute Morgen noch nicht krank. Wir hielten es für notwendig, den Fall deiner Familie der Medizinischen Kommission des Bundesstaates vorzustellen. Nach einer Untersuchung entschied man, dass man nur auf eine Weise verfahren kann. Deine gesamte Familie wird sterilisiert. Was ist das? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. In diesem Bundesstaat haben wir ein Gesetz, welches vorsieht, dass solche Leute einer Operation unterzogen werden, damit es keine weiteren Kinder gibt. Ich verstehe. Wir haben deine Eltern in Einrichtungen untergebracht, in denen man sich gut um sie kümmert. Warum willst du eigentlich zu deiner Arbeitsstelle zurück? Ich habe arrangiert, dass man dich dort ersetzt. Ich mag meine Arbeitsstelle. Ich gehe nirgendwo hin. Du wirst auch in die Klinik gehen. Und Sie meinen, man wird verhindern, dass ich jemals Kinder haben werde? Exakt. Ich werde in keine Klinik gehen? Wir wollen keinen Ärger mit dir haben, junge Dame. Wenn du dich weigerst, wird dich der Beamte hier mit Gewalt dorthin bringen. 1910 wurde das Amt für Eugenikaufzeichnungen in den USA angerichtet. Zu dem Zeitpunkt hatten die Briten bereits das erste Netzwerk von Sozialarbeitern geschaffen, um als Spione und ausführende Organe des Eugenik-Rassenkultes zu dienen, der rapide die Kontrolle über die Gesellschaft in der westlichen Hemisphäre übernahm. Die Sozialarbeiter entschieden, wessen Kinder geraubt wurden, wer sterilisiert wurde und, in manchen Fällen, wer heimlich still und leise ermordet wurde. 1911 exportierte die Familie Rockefeller die Eugenik nach Deutschland, indem sie das Kaiser-Wilhelm-Institut finanzierte, welches später zu einem wichtigen Stützpfeiler des Dritten Reichs wurde. Bei der internationalen Eugenik-Konferenz in London im Jahr 1912 wurde Eugenik zum internationalen Hype und gewann immens an Popularität. Der Futurist und Bestseller-Autor im Science-Fiction-Genre H.G. Wells hatte unter hochrangigen Eugenikern Biologie studiert und verbreitete den neuen Glauben weltweit. 1916 begann die Geliebte von H.G. Wells, Margaret Sanger, Eugenik in den Vereinigten Staaten zu bewerben. 1923 erhielt Sanger erhebliche finanzielle Unterstützung von der Familie Rockefeller. Sanger schrieb an ihren Eugenik-Kollegen Clarence J. Gamble, dass schwarze Führungsfiguren benötigt würden, um als Strommänner für Sterilisationsprogramme zu dienen, die sich gegen schwarze Gemeinden richten. 1924 schrieb Hitler das Buch Mein Kampf, in welchem er Eugeniker aus den USA als Inspiration benennt. Hitler schrieb sogar einen Fanbrief an den amerikanischen Eugeniker und Naturschützer Madison Grant. Er nannte Grants Buch The Passing of the Great Race, seine Bibel. Hitler entwarf seinen Plan für die Massentötung der Juden und anderen, wie er es ihn nannte, Untermenschen, auf der Basis von Grants Arbeit. 1929 hatte Eugenik die Akzeptanz der Massen erreicht. Die sogenannte Wissenschaft wurde in Schulen, Kirchen und auch Volksfesten in den einzelnen Bundesstaaten aggressiv beworben. Kirchen veranstalteten Wettbewerbe untereinander mit Bargeldpreisen für denjenigen, der Eugenik am besten in seine Predigt einbauen konnte. Große Glaubensgemeinschaften erzählten den Amerikanern, dass Jesus Eugenik vertreten würde. Im selben Jahr verabschiedeten über 25 Bundesstaaten in den USA Gesetze für Zwangssterilisationen. Der oberste Gerichtshof urteilte zugunsten der brutalen Zwangssterilisationspraktiken. Als Hitler im Jahr 1933 die Macht ergriff, verabschiedete er als eines seiner ersten Amtshandlungen Eugenikgesetze, die den Gesetzen aus den Vereinigten Staaten nachempfunden waren. Der Film Tomorrow's Children von 1934 brachte die Eugenik-Agenda auf die Kinoleinwände in den Vereinigten Staaten. Bei Fräulein Mason sehe ich überhaupt keinen Grund für die Operation, die empfohlen wurde. Das Mädchen ist absolut normal. Sie arbeitet fleißig und hat einen guten Ruf. Wissen Sie irgendetwas über Ihren familiären Hintergrund? Ja, Herr Ehren, das tue ich. Es gibt noch weitere Kinder, nicht wahr? Ja. Wie ist es um die bestellt? Ein Kind ist ein Krüppel, zwei andere könnten als geistesschwach bezeichnet werden. Sitzt der älteste Sohn nicht im Gefängnis? Nun ja, ich glaube schon. Und obwohl Sie dies alles wissen, argumentieren Sie dafür, dass dieses Mädchen noch mehr solche Leute auf die Welt bringen soll? Sie ist in Ordnung, euer Ehren. Sie ist überhaupt nicht wie die anderen. Sicherlich sollte man ihr eine Chance geben, ihr eigenes Seelenheil zu erlangen. Ich kann Ihnen nicht zustimmen, Herr Doktor. Nehmen wir an, sie wäre normal. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Kinder die Eigenschaften der Familie erben. Ist das nicht möglich? Euer Ehren, ich... Es tut mir leid, Doktor. Drei Generationen von Untauglichen sind genug. Petition abgelehnt. 1936 war Deutschland weltweit führend auf dem Gebiet der Eugenik. Effektive Schritte wurden unternommen, um hunderttausende Opfer zu sterilisieren und zu töten. Die bedeutendsten drei amerikanischen Eugeniker, Davenport, Loughlin und Goff, wurden von den Rockefellers nach Deutschland gesandt, wo sie die Nazis darin berieten, wie das System der Vernichtung ausdifferenziert werden könne. Mit der tatkräftigen Unterstützung der USA und Englands hatte Deutschland jede Grenze überschritten. Viele Millionen Menschen verloren ihr Leben. Nach Ende des Krieges bewahrten die alliierten Nazi-Wissenschaftler vor strafrechtlichen Konsequenzen, welche tausende Menschen zu Tode gefoltert hatten. Das Nazi-Eugenik-Programm brachte die Elite in Verlegenheit. Jene hatten jedoch keinerlei Absichten, ihre Pläne zu stoppen. Die alliierten Mächte kämpften darum, wer die hochrangigen Eugenik-Wissenschaftler der Nazis bekommen würde. Es war nicht von Bedeutung, dass die SS-Ärzte Zehntausende zu Tode gefoltert hatten. Sie wurden einfach freigelassen. Der Todesengel Josef Mengele und sein Vorgesetzter, Ottmar von Verschuer, wurden nicht strafrechtlich verfolgt. Von Verschuer setzte sogar nach dem Krieg seine Arbeit in Deutschland fort. Die Eugeniker waren entzündet darüber, dass ihr großes Werk bloßgestellt worden war. Also machten sie sich daran, ihre Agenda zu tarnen. Die Publikation Eugenik vierteljährlich wurde umbenannt in Sozialbiologie. Der amerikanische Bund für Geburtenkontrolle wurde umbenannt in geplante Elternschaft. Neue Begriffe wie Transhumanismus, Bevölkerungskontrolle, Nachhaltigkeit, Erhaltung und Umweltschutz ersetzten Rassenhygiene und Sozialdarwinismus. Viele Eugeniker in der Vergangenheit betätigten sich nach eigenen Bekunden auf dem Wissenschaftsgebiet der Krypto-Eugenik. Sie hielten ihre Ansichten über Eugenik bewusst verdeckt und wurden in der Nachkriegszeit hoch respektierte Anthropologen, Biologen und Genetiker. Die Alliierten schleusten tausende Nazi-Wissenschaftler aus Deutschland ins Ausland und platzierten sie in Schlüsselpositionen des militärisch-industriellen Komplexes, wie die Biowaffenforschung und Raketenwissenschaft. Der Gründer von IBM war ein treuer Anhänger Hitlers gewesen. Thomas J. Watson hatte den Nazis seine Lochkartenrechner und IBM-Techniker für den Einsatz in den Vernichtungslagern gesandt. Die Tätowierungen der Lagerinsassen waren IBM-Identifikationsnummern, die in die Rechner eingegeben wurden. IBM hatte ähnliche Lochkartensysteme bereits im Jahr 1928 bei einer Studie über Rassenvermischung in Jamaica benutzt. Die ersten richtigen Computer wurden von einem Eugeniker für die Verwendung auf dem Gebiet der Eugenik erfunden. Julian Huxley, ein hoher Funktionär bei den Vereinten Nationen und ein unverbesserlicher Eugeniker, argumentierte, dass die von den führenden Eugenikern gestarteten Umweltschutz- und Erhaltungsbewegungen als Vehikel für die Schaffung einer Weltregierung eingesetzt werden sollten. Gemäß der Vision von H.G. Wells sollte diese Regierung von einer Wissenschaftsdiktatur kontrolliert werden und von den Leitsätzen der Eugenik charakterisiert sein. Huxley startete den World Wildlife Fund zusammen mit dem Bilderberggründer und ehemaligen SS-Offizier Prinz Bernhard von den Niederlanden sowie mit Prinz Philip aus England. Im Falle einer Wiedergeburt würde ich gerne als ein tödlicher Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beizutragen. Prinz Philip berichtet von der Deutschen Presseagentur, August 1988. Der Autor von Brave New World und Bruder von Julius Huxley hielt im Jahr 1962, kurz vor seinem Tod, eine Rede an der Universität von Berkeley. Er gestand ein, dass sein im Jahr 1932 verfasstes Bestsellerwerk Schöne neue Welt nicht auf Fiktion basierte, sondern auf dem, was die Elite tatsächlich umzusetzen versucht. An dieser Stelle möchte ich kurz die Parabel von Schöne neue Welt vergleichen mit einer weiteren Parabel jüngeren Datums, die in George Orwells 1984 dargeboten wurde. Ich tendiere zu der Ansicht, dass die Wissenschaftsdiktatoren der Zukunft, und ich denke, dass es solche Wissenschaftsdiktatoren in vielen Teilen der Welt geben wird, wahrscheinlich viel eher dem Schöne neue Welt Modell entsprechen werden, als dem 1984 Modell. Nicht aufgrund irgendwelcher humanitärer Bedenken auf Seiten der Wissenschaftsdiktatoren, sondern einfach, weil das Schöne neue Welt Modell wahrscheinlich um einiges effektiver wäre, als das andere. Wenn man die Leute dazu bringt, ihre Lebensumstände zu akzeptieren, ihren Status der Knechtschaft, Die Natur der ultimativen Revolution, der wir nun gegenüberstehen, scheint für mich genau folgende zu sein. Wir befinden uns in dem Prozess der Entwicklung einer ganzen Serie von Techniken, welche es der steuernden Oligarchie, welche immer existiert hat und wahrscheinlich immer existieren wird, ermöglichen werden, die Leute dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben. Leute können dazu bewegt werden, einen Status Quo zu mögen, welchen sie anhand jedes ordentlichen Maßstabs nicht mögen sollten. Diese Methoden, denke ich, sind eine wirkliche Verfeinerung der alten Methoden des Terrors, weil sie Terror mit Methoden der Zustimmung verbinden. Es fallen einem verschiedene andere Methoden ein, zum Beispiel die pharmakologische Methode, eines der Dinge, über die ich in Schöne neue Welt geschrieben hatte. Das Resultat wäre, man kann sich eine euphorisierende Droge vorstellen, welche die Leute durch und durch glücklich machen würde, sogar unter den abscheulichsten Umständen. Diese Dinge sind durchaus möglich. Die Elite hat eine massive Schneise der Zerstörung hinter sich gelassen, durch kaltblütige Experimente an der Bevölkerung, als wären wir nichts als Laborratten. Eine Serie von Ermittlungen des Kongresses hat mehr als 20.000 geheime Versuche aufgedeckt, die zwischen den Jahren 1910 und 2000 an der Bevölkerung vorgenommen wurden. Eine weitläufig bekannte Eugenikstudie, das Tuskegee Syphilis-Projekt, führte zum Tod von hunderten Afroamerikanern und erstreckte sich über mehr als 40 Jahre, bis es schließlich im Jahr 1972 unter anderem durch ein Ermittler aufgedeckt wurde. In der Zeit zwischen 1943 und der Gegenwart testeten die Briten tödliches Nervengas an ihren eigenen Untergebenen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Viele starben sofort, andere starben erst nach einer mehrere Jahre andauernden Todesqual. Die Bundesregierung gab geheime Experimente mit radioaktiven Substanzen an tausenden Patienten, ohne deren Einverschnittes in Auftrag. In hunderten Krankenhäusern der USA wurde gesunden Männern, Frauen und Kindern Uran und Plutonium injiziert. Die verabreichten Dosen reichten von nicht gesundheitsfördernd bis hin zu tödlich und viele Testpersonen starben. Den schwangeren Frauen von Armeesoldaten wurden von den Ärzten der Militärbasen Vitaminpillen gegeben, welche in Wirklichkeit radioaktives Uran-239 sowie Plutonium-231 enthielten. Grässliche Fehlgeburten und der Tod der Mütter waren das Resultat. Soldaten, Seemänner und Marines wurden bei hunderten Tests mit Atom- und Wasserstoffbomben als Versuchskaninchen benutzt. Patriotische Amerikaner wurden Seite an Seite mit Labortieren verstrahlt. Piloten wurden gezwungen, wiederholt durch die pilzförmigen Wolken zu fliegen, deren Strahlung gravierendste DNA-Schäden hervorrief. Zwischen 1951 und 1961 zahlte die US Army dem israelischen Gesundheitsministerium drei Millionen Lira für die Durchführung von Experimenten mit Röntgenstrahlen an Sephardi-Kindern, die nach Israel emigriert waren. Die von der Regierung kontrollierten Schulen sagten den Kindern, dass sie eine medizinische Untersuchung bekämen und dass eine Röntgenaufnahme angefertigt werden würde. Das Pentagon hatte bereits über 4000 Heimkinder in den Vereinigten Staaten verstrahlt, von denen viele starben. Über 110.000 der dunkelhäutigeren Juden wurde wiederholt die 35.000-fache sichere Maximaldosis an Röntgenstrahlen durch den Kopf gejagt. Viele der Kinder starben innerhalb von Monaten. Alle verloren ihre Haare. Manche sind heute noch am Leben und leiden an furchtbaren gesundheitlichen Schäden. Die geheimen Tests mit chemischen, biologischen und radioaktiven Substanzen an Bürgern, ohne deren Wissen, werden heute auf der ganzen Welt fortgesetzt. zwischen 1940 und 1979 wurde die überwiegende Mehrheit der britischen Bevölkerung mehr als 2000 Mal durch Flugzeuge mit tödlichen Chemikalien und Mikroorganismen besprüht, ohne jemals darüber informiert worden zu sein. 1968 testete das Pentagon eine tödliche Biowaffe im New Yorker U-Bahn-System und platzierte Personal in nahegelegenen Krankenhäusern, um die Auswirkungen zu beobachten. Die Zwangssterilisation von Männern und Frauen wurde in vielen US-Bundesstaaten bis Mitte der 1980er Jahre energisch praktiziert. Die Vereinigten Staaten und England testen derzeit Pestizide und höchstgiftige experimentelle Medikamente an zehntausenden gesunden Kindern in staatlicher Obhut. Viele von ihnen sterben an den Experimenten. Gefängnisse im ganzen Land haben Häftlinge gezwungen, an grausigen Experimenten teilzunehmen, von Pestizidstudien bis hin zur subkutanen Implantation von Dioxintabletten am Rücken. Durch selektive Fortpflanzung werden sich erblich bedingte Unterschiede zwischen Herrschern und Beherrschten graduell vergrößern, bis sie beinahe verschiedene Spezien sind. Ein Aufstand des Pöbels würde genauso unvorstellbar werden wie der organisierte Aufstand von Schafen gegen den Verzehr von Hammelfleisch. Bertrand Russell H.G. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russell sowie hunderte weitere Eugeniker prallten unerföhlich damit, dass sich das Establishment für eine separate Spezies hielt, die höher entwickelt sei als der Normalmensch. Manche der wichtigsten Eugeniker waren dreist genug, um zuzugeben, dass ihr wahres Ziel nicht die Verbesserung des Normalmenschen ist, sondern dessen Verdummung zur leichteren Handhabung. Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Russell schrieb ausführlich darüber, wie mit Quecksilber und anderen hirnschädigenden Substanzen versetzte Impfstoffe zu partiellen Lobotomien und damit zu einer unterwürfigen, zombieartigen Bevölkerung führen würden. Ernährung, Injektionen und gesetzliche Verfügungen werden zusammen von jungen Jahren an jene Art von Persönlichkeit und jene Ansichten hervorbringen, welche die Obrigkeit verwünschenswert erachtet. Und jedwede ernstzunehmende Kritik an der herrschenden Macht wird psychologisch unmöglich werden. Bertrand Russell Vor über 100 Jahren sagten von der Eugenik überzeugte Gesellschaftsplaner, dass sie bewusstseinsverändernde Medikamente einsetzen würden, um die Bevölkerung zu kontrollieren. 2007 befanden sich mehr als 20% der Bevölkerung in den USA unter dem Einfluss eines Antidepressivums. Von den Kindern in staatlicher Obhut, ein Sektor, in dem die Regierung völlige Kontrolle hat, werden mindestens zwei Drittel gezwungen, durchschnittlich sieben verschiedene Psychopharmaka einzunehmen. Der Vorsitzende der texanischen Psychiatergesellschaft Joe Burkett sagte während der Anhörung des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses von Texas über Psychopharmaka und Pflegekinder aus. Er schockierte die Öffentlichkeit mit der Aussage, dass zwei Drittel der Pflegekinder in Texas Psychopharmaka verschrieben wurden, weil sie aufgrund von schlechten genetischen Voraussetzungen sehr, sehr krank wären. Viele von diesen Kindern stammen aus einem schlechten Genpool. Sie haben keine stabilen Eltern, die gute Entscheidungen treffen. Abgesehen von dem Genpool werden sie traumatisiert durch Vernachlässigung, Misshandlung, Trennungen, all die Dinge, die zu geistigen Störungen führen. In den westlichen Nationen werden nun Richtlinien auf der Basis von Eugenik eingeführt zur Verhinderung von Verbrechen. Bei Föten werden nun Verbrechen in der Familiengeschichte untersucht. In den USA und Großbritannien nehmen Kinderschutzbehörden Kinder bei der Geburt in Verbrecherdatenbanken auf und zwingen sie im Alter von zwei Jahren zu Bewährungsanhörungen. Der Führungskader der Wissenschaftsdiktatur führt einen ruchlosen Krieg gegen jene, die sich am wenigsten zur Wehr setzen können. Im Dezember 1974 machte die US-Regierung die Reduzierung der Bevölkerung in der dritten Welt zu einem Thema von zentraler Bedeutung für die nationale Sicherheit. Der Plan mit dem Titel National Security Study Memorandum 200 war lediglich eine aufgewärmte Version der britischen Kommission über Bevölkerungszahlen, die von König George VI von England im Jahr 1944 geschaffen wurde und offen verlautbarte, dass Nationen der dritten Welt mit hohen Bevölkerungszahlen eine Bedrohung darstellen würden für das globale Machtmonopol der internationalen Eliten. Der von Kissinger verfasste Plan der US-Regierung zielte auf 13 Länder ab, in denen eine massive Reduzierung der Bevölkerungszahlen gefordert wurde. Kissinger empfahl, dass der Internationale Währungsfonds und die Weltbank Kredite unter der Bedingung vergeben, dass die gläubigen Nationen effiziente Programme zur Bevölkerungsreduzierung starten, wie zum Beispiel Massensterilisationen. Kissinger empfahl ebenfalls, dass Nahrungsmittel als Waffe gebraucht werden sollten und gab zu bedenken, dass das Anfachen von Kriegen auch ein nützliches Werkzeug für die Bevölkerungsreduktion sei. 1972 implementierte das Weiße Haus unter Nixon-Eugenik-Richtlinien, die von George Herbert Walker Bush, dem damaligen US-Botschafter für die Vereinten Nationen, ausgingen. Bush beriet China bei der Erarbeitung der Ein-Kind-Politik und leitete das Unterfangen der Bundesregierung zur Zwangssterilisation von über 40 Prozent der weiblichen Ureinwohner in den Reservaten. Der von den Bilderbergern dominierte Club of Rome befürwortete den Umweltschutz als den besten Vorwand um Programme für eine Bevölkerungsreduktion umzusetzen. Die Bürger im Westen würden Knechtschaft akzeptieren, solange man sie als Rettung für den Planeten preist. Die Industrialisierung von Afrika, Asien und Lateinamerika kann verhindert werden und Bürger wären eher dazu bereit, ihre nationale Souveränität aufzugeben, wenn man es als Hilfe für den Planeten deklariert. Die Plangruppe entwarf darüber hinaus den Schwindel über zur Neige gehende Ölreserven, um eine künstliche Knappheit zu schaffen. Der Club of Rome fordert auch vehement eine globale CO2-Steuer, welche die notwendigen Einnahmen für die Weltregierung liefern soll. In der Entwurfsversion des Berichts der Vereinten Nationen über die globale biologische Vielfalt heißt es überdeutlich, dass wir die Weltbevölkerung vom derzeitigen Stand von rund 6 Milliarden Menschen auf ungefähr eine Milliarde Menschen reduzieren müssen. In den 1970er Jahren entwickelte Südafrika rassenspezifische Biowaffen, welche auf Afrikaner und Asiaten abzielen und man verkaufte diese Technologie in den 1980ern an Israel. Im September 2000 veröffentlichte die Gruppe Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert ein Dokument, in welchem Dick Cheney rassenspezifische Biowaffen als politisch nützliche Werkzeuge bezeichnete. Jemand stellte die Frage, warum wollen die die Weltbevölkerung reduzieren, wenn die dadurch weniger Geld einnehmen? Die meisten Menschen haben keine Ahnung, denen geht es nicht um Geld. Die haben all das Geld, das sie brauchen, denen geht es um Macht. Das ist deren Aphrodisiakum. Der Führungskader der neuen Weltordnung versucht nun energisch, eine weltweite Ein-Kind-Politik durchzusetzen. Die Ein-Kind-Politik in China war schrittweise eingeführt worden. Zu Beginn, in den 60er Jahren, musste man nur eine Strafsteuer zahlen. Erst später wurde man verhaftet, wenn man mehr als ein Kind hatte. Nun werden exakt die gleichen Vorschläge über Strafzahlungen für Paare mit mehr als zwei Kindern in den Vereinigten Staaten, in England und im Rest von Europa gemacht. Im Kampf um die Verminderung der globalen Erderwärmung sind für manche nun Kinder die neuen Schuldigen. Ein Think-Tank in Großbritannien sagt, dass zu viele Kinder dem Planeten schaden würden. Man solle Großfamilien, also alle mit mehr als zwei Kindern, als Umweltsünde missbilligen, sowie das Wegwerfen von nur einmal benutzten Plastiktüten, das Fahren einer großen Benzinschleuder oder ausgedehnte Reisen ins Ausland. Großbritannien hat ein negatives Bevölkerungswachstum. Kanada glaube ich auch, aber trotzdem sollten Familien in unseren reichen Ländern nicht mehr als zwei Kinder haben. 1998 gelobte Ted Turner über eine Milliarde an die Vereinten Nationen zu spenden für die Implementierung von Richtlinien zur Bevölkerungsreduktion auf der ganzen Welt. 1999 spendete die Bill und Melinda Gates Stiftung 2,2 Milliarden Dollar an Planned Parenthood, den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und weitere Gruppen, die sich für eine Bevölkerungsreduktion einsetzen. bis zum Jahr 2007 hatte das Ehepaar Gates mehr als 30 Milliarden Dollar gespendet, fast ausschließlich an Gruppen, die sich der Bevölkerungskontrolle widmen. Die von den Konzernen gesteuerte Presse berichtete zynisch, dass das Ehepaar Gates mit ihren Spenden den Kindern in der dritten Welt helfen würde. Der Titel des großzügigsten Philanthropisten wurde ihnen von ihrem Freund und ebenbürtigen Befürworter der Bevölkerungsreduktion Warren Buffett Er gab 37 Milliarden an eine Armade an Eugeniker-Gruppen. Und ich denke, dass die Welt sehr viel besser wäre, wenn nur noch 10 oder 20 Prozent von uns übrig sind. Dr. Eric Pianka Als der prominente Biologe an der Universität von Texas, Dr. Eric Pianka, eine Auszeichnung von der Texas Academy of Science bekam, sagte er, dass die weltweite Aids-Pandemie, Zitat, nichts taugen würde, weil sie zu langsam sei. Er begann, die Vorzüge von Ebola zu preisen, weil die Krankheit in Windeseilen 90 Prozent der Weltbevölkerung töten würde. Als aufgrund seiner Kommentare eine landesweite Kontroverse ausbrach, wurde er von seinen Studenten in Schutz genommen, die ihn sogar als zu gemäßigt bezeichneten. Ihnen zur Folge sollten alle Menschen getötet werden. Am erschreckendsten war die Tatsache, dass unter den Zuhörern, bestehend aus über tausend prominenten Wissenschaftlern, laut den Berichten von Lokalzeitungen 95 Prozent der Anwesenden jedes Mal mit anhaltenden, stehenden Ovationen reagierten, wenn Pianka die tödlichen Mikroben und die Vernichtung der Menschheit beschwor. China war in der Lage, den Berg zu erklimmen und die führende Supermacht zu werden, weil sie einen Polizeistaat haben und sie die Leute davon abhalten können, sich vorzupflanzen. Dr. Eric R. Pianke Die Eugenikbewegung hat sich mittlerweile von viel Ballast aus der Nazizeit befreit und missbraucht die legitime Besorgnis der Leute über die Umwelt als Tarnung für die tatsächliche Agenda. Jeder will saubere Luft atmen und sauberes Wasser haben, aber die Führungsfiguren der Umweltschutzbewegung haben nichts getan, außer die Besorgnis der Leute aufzufangen und daraus Unterstützung für globale Richtlinien zu gewinnen, welche die dritte Welt noch mehr destabilisieren und unsägliches Reitschaffen. Scheinheilige Umweltschützergruppen sind inzwischen die größten privaten Landbesitzer der Welt. Sie bewegen Regierungen dazu, der lokalen Bevölkerung ihren Grund und Boden wegzunehmen, nur um ihn dann hinterher selbst zu erschließen. Wenn das US-Militär Millionen Liter Nervengas an der Ostküste der USA ins Meer kippt, schweigen diese Umweltschützer. Tausende Konzerne erschaffen transgene Hybridwesen durch die Verbindung von Pflanzen, Tier und Insekten-DNS und setzen diese neuen Organismen in der globalen Biosphäre frei. Der genetische Code des Planeten wird dadurch verwüstet, aber die großen Umweltschutzorganisationen tun rein gar nichts dagegen. Die Elite aus den größten Konzernen des Planeten intensivierte im Laufe eines Jahres ihre Offensive für die Schaffung eines globalen Steuersystems. Darauf folgte die Live-Earth-History am 7. Juli 2007 auf sieben Kontinenten. Die globalen Führungsfiguren verkündeten, dass die Rettung der Erde die neue Leitlinie für die Organisierung der Menschheit sei und feierten sie als die neue Religion des Planeten. Sie behaupteten, dass das CO2, welches Pflanzen atmen, die Erde zerstören würde und dass wir die Anzahl der Kinder reduzieren müssen, die wir bekommen, um unseren Kohlendioxid-Ausstoß zu drosseln. Länder auf der ganzen Welt verabschiedeten an diesem Tag neue Steuern auf CO2 sowie Steuererhöhungen für Benzin, Erdgas und Strom. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass die Sonne der bedeutendste Faktor für das Erdklima ist und die Messungen sind eindeutig. Die Sonne wird heißer, heller und hat in den letzten 100 Jahren langsam aber stetig ihren Hitzeausstoß erhöht. Dies führt nicht nur auf der Erde zur Erwärmung, sondern im gesamten Sonnensystem. Aber die wissenschaftlichen Fakten und sogar die Reihenfolge der Planeten waren einem der Hauptveranstalter von Live Earth ziemlich egal, als wir mit ihm sprachen. David Mayer de Rothschild, Erbe des Reichtums des britischen Zweiges des Rothschild-Clans. Als sich Rothschild in Bezug auf die Reihenfolge der Planeten korrigierte, lachte er nur, im Glauben, dass die Zuhörer sowieso nichts verstehen würden. Er zählte weiter hin auf die Ignoranz der Bevölkerung, indem er behauptete, dass die Klimaschutzlobby nichts mit Steuern auf CO2 zu tun hätte. Er hatte sich wohl in letzter Zeit nicht mit seinem guten Freund Al Gore unterhalten. Globale Erwärmung. Die Zeit für Debatten ist vorbei. Was du begreifen musst, ist, dass sein Umweltbewusstsein und Geld verdienen sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Es lässt sich viel Geld machen, indem man das Thema zur Sprache bringt. Aber ihr Typen fangen die Besorgnis der ganzen Welt auf, um euch einfach die Taschen vollzustopfen und die Kinder dazu zu zwingen, dein Buch in der Schule zu lesen und all die anderen Dinge zu tun. Es ist ein Geschäft, genau wie du es gesagt hast, Rothschild. Denkst du, ich mache Geld damit? Es ist das Gleiche, was deine Geldwechslervorfahren in Deutschland gemacht hatten, Rothschild. Ich rede hier Klartext über dich. Wir wissen, dass es eine Abzocke ist. Ein auf Emissionen basierendes Steuersystem, hauptsächlich CO2. Wir sind zum Großteil dafür verantwortlich, für den überwiegenden Großteil. Die Konsequenzen sind schlimm und sie werden katastrophal sein, wenn wir nicht handeln. Die Polarkappen des Mars schrumpfen um mehrere Meilen pro Jahr, viel schneller als die der Erde. Außerdem schmelzen die Monde des Saturn und Jupiter. Meere ihrer Monde waren Eis und sind nun flüssige Meere. Wie können Geländewagen das hervorrufen, David Rothschild? Weil diese Planeten sich näher an der Sonne befinden, mein Freund. Nein, Jupiter und Saturn befinden sich nicht näher an der Sonne, genauso wenig der Mars. Ich denke, dass du verstehen wirst, dass die ganz simple Tatsache, was ich sagen wollte, und das wird mein letzter Punkt sein, es geht um deine Steuertheorie. Es ist in Wirklichkeit keine Steuer. Setzt einen Preis fest für Kohlendioxid. Eine Steuer ist der beste Weg, ein Emissionsrecht der Handel reicht auch. Wenn es eine Kohlendioxidsteuer gäbe, bestünde dann die Notwendigkeit eines für die gesamte Wirtschaft verbindlichen Systems des Emissionsrechtehandels? Es ist nicht entweder oder. Wir können beides machen, was ich auch befürworte. Die Architekten der neuen Weltordnung befinden sich in einem Wettlauf um die Vervollständigung des Systems ihrer Weltregierung, damit sie die unabhängige Entwicklung von Technologien unterdrücken können, welche ihr Machtmonopol bedrohen. Gleichzeitig lenkt die Elite neue Entwicklungen in jene Richtungen, die sie für die Menschheit vorgesehen hat. Die Technokraten nennen ihr Regierungssystem die finale Revolution, denn in der Vergangenheit wurden Imperien mit Hilfe des Militärs durchgesetzt. Heutzutage wird die Durchsetzung hauptsächlich mit psychologischen und wirtschaftlichen Methoden erreicht. Die Gesellschaft selbst ist ein Konstrukt der Elite, die außerhalb des gesteuerten Denkmusters operiert, in welchem sie die Gesellschaft gefangen hält und kontrolliert. So ähnlich wie ein Kind, das ein Aquarium instand hält. Wir sind wie Laborratten, wir stellen unser gesamtes Leben lang nie die Grenzen unseres Käfigs in Frage oder die Wissenschaftler, die mit uns Experimente durchführen. Die Ingenieure der neuen Weltordnung haben sich des Schicksals der Menschheit bemächtigt. Die Elite hat über 100 Jahre lang das menschliche Verhalten genau studiert und lenkt uns heute mit der Präzision von Experten. Unsere primitiven Triebe und Verlangen werden als Hebel benutzt. Die Elite hat ihre Systeme der Bewusstseinskontrolle bis zu einem Grad entwickelt, an dem sie unbewusst durchs Leben wandelnde Durchschnittsperson wie ein Auto lenken kann. Eugenik dominierte das 20. Jahrhundert. Das geschwürde Eugenik hat nun Metastasen auf den Gebieten der Gentechnik, der Nanotechnologie und der Robotik gebildet. Dies überrascht wenig. Von Beginn an dominierten Eugeniker alle drei Wissenschaftsgebiete. Der Multimilliardär und Gründer von Sun Microsystems, Bill Joy, bewies im Jahr 2000 einigen Mut, als er sich an die Öffentlichkeit wandte und vor einem Konsens auf Seiten der technokratischen Elite warnte, laut dem die Menschheit bis zum Jahr 2030 bestenfalls völlig versklavt sein wird und schlimmstenfalls die Tötung von allen geschehen wird, die nicht Teil der Elite sind. Ein Who is Who der Technokraten sind Mitglieder der transhumanistisch oder posthumanistisch genannten Bewegung. Viele der Anhänger sehen nur die nützlichen Aspekte des exponentiellen Wachstums der Technologie. Beispielsweise könnte Blinden die Sehfähigkeit und Tauben das Gehör zurückgegeben werden. Man könnte das Leben von allen Menschen verlängern. Aber was viele von ihnen nicht wissen, ist, dass der führende Eugeniker Julian Huxley den Transhumanismus gestartet hatte und dass die Lenker der Gesellschaft offen eingestehen, dass das neue System die völlige Versklavung zum Ziel hat. Der führende Transhumanist Ray Kurzweil prallt damit, dass der technologische Fortschritt denjenigen ewiges Leben verschaffen wird, die es sich leisten können. Er gesteht jedoch ein, dass die meisten nicht mit der neuen Herrenrasse Schritt halten werden. Das Streben nach einer Weltregierung dreht sich nun hauptsächlich um die Frage, wer die effektiven, lebensverlängernden Systeme kontrollieren wird und auf jene zugreifen kann. Die biologische Evolution ist zu langsam für die menschliche Spezies. Im Laufe der nächsten paar Jahrzehnte wird sie im Staub zurückgelassen werden. Ray Kurzweil Die Transhumanisten glauben, dass sie den Jungbrunnen finden werden, indem sie mit der Technologie verschmelzen. Jetzt könnte sich dies für sie in greifbarer Nähe befinden. Vor Jahrzehnten sagten Transhumanisten, dass falls man in der Zukunft keine Implantate und andere leistungsverbessernde Erweiterungen der Körperfunktionen akzeptiert, man keinen Job mehr finden könnte. Heute beginnt diese Vorhersage Die Elite, welche die Kommandoebene der digitalen Realität besetzt, besteht aus suizidalen Nihilisten. Suizidale Nihilisten wissen, dass in ihrem Willen kein substanzieller Zweck mehr liegt, aber sie werden immer ihren fortlaufenden Willen dem Nichtstun vorziehen. Sie können sich hoch erfreut mit dem Gedanken an einen nuklearen Holocaust oder einen perfekten Exterminismus anfreunden. Technologie ist ein solch mächtiges Werkzeug in Bezug auf das Vernichtungspotenzial geworden, dass die Menschheit es nicht zulassen darf, dass psychopathische, vom Größenwahn erfüllte Technokraten die Fehler ihrer Vorgänger wiederholen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dieses Mal alles zerstören werden, darunter aus sich selbst, in einem von Wahnsinn beseelten Streben nach göttlicher Allmacht. In diesem Film zeigten wir die Geschichte der blutigen Orgie der Elite auf dem Gebiet der Menschenexperimente, welche im 20. Jahrhundert bereits die Leben von über 150 Millionen Menschen auslöschte. Nun kündigen sie eine unbezwingbare Tyrannei an, welche ihre Taten der Vergangenheit in den Schatten stellen soll. Im Zweiten Weltkrieg gab es souveräne Nationen und Armeen, die sich Hitlers Endlösung entgegenstellten. Sobald die Weltregierung komplett ist, wird niemand mehr in der Lage sein, die Pläne der neuen Weltordnung für die Reduzierung der Bevölkerung aufzuhalten. Für all jene, die gegen die psychologische Programmierung immun sind, wurden bereits hunderte FIMA Internierungslager in den Vereinigten Staaten gebaut. In dem Schreben nach einer Bevölkerungsreduktion ist kein Mittel tabu. Diese Architekten der Finsternis planen die Freisetzung von biologischen Kampfstoffen. Einer ist schlimmer als der andere. Gleichzeitig wird der Polizeistart ausgebaut, um eine geordnete Vernichtung der Bevölkerung sicherzustellen. Alles im Namen des Kampfes gegen die unsichtbaren Terroristen. Die Georgia Guidestones sind ein Testament für die heilige Mission der Elite. Ein Zweiklassensystem, in dem die Unterschicht gezwungen sein wird, in kleinen, abgeriegelten Städten zu leben, während die Elite sich am Rest der Welt erfreut, sich mit Hilfe von hochentwickelten implantierbaren Technologien zu Übermenschen weiterentwickelt, ewige Leben führt und durch den Kosmos reist. Dies ist das Versprechen, das den Mitgliedern des inneren Kreises der neuen Weltordnung gegeben wird und die Agenda der Bilderberger. Musik 2007 setzte Jim Tucker sein bereits 30 Jahre andauerndes Unterfangen fort, die Globalisten bloßzustellen und reiste nach Istanbul in der Türkei, der Ort der Bilderberg-Konferenz 2007. Jim Tucker, schön dich in der Sendung begrüßen zu dürfen, mein Freund. Es ist mir immer ein Vergnügen. Jim, erzähl uns, was du gesehen hast, als du am Ritz-Hotel warst. Das Ritz-Carlton schien wie das übliche Bilderberg-Szenario. Das schwer bewaffnete Wachpersonal war überall um das Gebäude stationiert, mehrere Polizeieinheiten waren dort, Polizisten waren auch im Umkreis platziert. Sie hatten diese Hightech-Ausrüstung, mit der jeder von denen hören kann, was ein anderer sagt, andere Sprachen werden simultan in die eigene Sprache übersetzt, damit sie alles verstehen. So they can, uh, keep up with it. So, for, uh, I'm just about like that, I'm doing the same thing for a bad morning, fast. Hey, ist das Hotel geöffnet? Fragen wir ihn einfach. Treffen sich die Bilderberger dieses Wochenende hier? Sie müssen Kamera entfernen. Zwei Polizisten sind mir heute gefolgt. Ich bekam das gar nicht mit, weil ich meine Nase ständig irgendwo reinstecke und ständig quatsche. Aber die Fernsehcrew sagte, diese zwei Typen folgen dir. Deren Auto folgte uns bis zum Hotel. Sie identifizierten dann die zwei Polizisten in Zivil. Keine Anzüge, sondern Hemden und so. Das ist das Auto. Wahrscheinlich Bilderberg, Jungs. John Elkin, der Eigentümer von Fiat und noch ein weiterer Bilderberger verlassen für einen Spaziergang das Gelände, ohne dass sie von gewöhnlichen Bürgern bemerkt werden. Dieser Bilderberg-Teilnehmer lächelte spöttisch in Richtung unserer Kamera. Diese Wagenladung Bilderberger warf einen vernichtenden Blick auf die Reporter und schien schockiert darüber, dass jene es wagten, ihre Kamera auf den Wagen zu richten. 2007 gab es die bisher größte globale Berichterstattung über die Bilderberger in deren Geschichte. Jim Tucker war bei Pressekonferenzen anwesend, die von hunderten Reportern besucht wurden. Eine neue Generation von Infokriegern, zu der der Reporter Paul Gonaner aus Rumänien zählt, verfolgt die Elite, ganz gleich, wo sich diese versteckt. Jim, über meinen Gouverneur Rick Perry wurde auf der Titelseite der Dallas Morning News berichtet. Die Überschrift lautete in etwa, der texanische Gouverneur Rick Perry wird an Bilderberg teilnehmen. Was bedeutet das, wenn der Gouverneur von Texas in der Dallas Morning News einfach zugibt, dass er zur Bilderberg-Gruppe geht? Er ist ein potenzieller Präsident. Der obskure Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, verlor seine Jungfräulichkeit in Bezug auf die Bilderberger bei dem Treffen in Baden-Baden in Deutschland 1991 und wurde im darauf folgenden Jahr zum Präsidenten gewählt. Wenn seine Kandidatur für das Weiße Haus in ein paar Jahren zu nichts führt, dann lassen sie ihn fallen wie einen alten Schuh. Das passiert oft. Aber die Bilderberger betrachten Gouverneur Rick Perry offiziell als einen potenziellen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, es handelt sich um eine Verletzung des Slogan-Gesetzes. Dafür wurden dem Weißen Haus unter Bill Clinton 300.000 Dollar Strafe aufgebrummt, was bedeutet, dass die Steuerzahler das bezahlt haben. Als Perry von Istanbul nach Texas zurückkehrte, waren wir fest entschlossen, ihn für seine verräterischen Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir wollen nicht, dass unsere Straßen, unser Wasser, unsere Kraftwerke, unsere gesamte Infrastruktur der neuen Weltordnung ausgehändigt wird. Wir teilen dir mit, dass die Menschen sich erheben, davon erfahren, was du tust und wütend sind. Und sie haben genug davon. Hör auf, uns zu versklaven. Stopp die Tyrannei. Hör auf, den Plänen der neuen Weltordnung zu folgen, wenn du noch eine Seele hast, Rick Perry. Der erste Verfassungszusatz existiert noch, Perry, und wir sind heute Abend wieder hier, um dir zu sagen, dass wir es nicht länger hinnehmen werden. Lang lebe die Republik. Wir werden siegen. Tod der neuen Weltordnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017